Tele-Stammtisch 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 im nächsten und in diesem Monat vielleicht auch noch auf jeden Fall schon Inhalte davon präsentiert. Es war ein großer Spaß, auch da haben wir viel erlebt. Wir freuen uns immer über jeden, also ich mich vor allem, der uns mal anquatscht. Wir sind einfach Menschen zum Anfassen, zum Kennenlernen, die Sticker verteilen wollen und sogar auch so Pins am Start haben. Der Tele-Stammtisch und die Comic-Cookies, das sind einfach so ganz normale Leute und die wollen sich mit euch über Comics unterhalten. Wenn ihr also die Gelegenheit habt, uns mal irgendwo zu treffen, nutzt die Gelegenheit, quatscht uns an. Wir beißen nicht. Außer ihr wollt es unbedingt. Nun ja, und ansonsten führe ich da Interviews, moderiere Panels und mache andere Dinge, die so aussehen, als hätte ich Ahnung. Dabei trage ich lustige Anzüge und fall auf jeden Fall auf. Das habe ich gemerkt. Ich werde oft zu diesen Anzügen angesprochen. Ich würde sagen, ihr Ziel ist erfüllt. Naja, nun sei es drum. Die Leipziger Buchmesse ist jetzt aber erstmal hier vorbei und alles Weitere zum Comic-Festival München gibt es halt in der nächsten Ausgabe. Auf die Ohren und nun viel Spaß mit den Interviews. Das letzte Gespräch, das wir heute hier am Donnerstag führen werden, das widmet sich jemandem, der was Biografisches letztlich auch mitgebracht hat. Hier steckt garantiert eine Menge Recherchearbeit drin und ich möchte mich nicht nur über das Artwork und die Geschichte selbst unterhalten, sondern vor allem auch über diese recht besondere Art des Layouts, die er gewählt hat. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, ich bin der Vince. Hi Vince. Du bist Comic-Autor, oder? Ja, genau. Comic-Autor, voll. Und warst du auch schon mal hier auf der Leipziger Buchmesse? Ich bin zum ersten Mal da. Und kennst du andere Veranstaltungen dieser Art? Ich war eher auf so kleinen Comic-Festivals wie jetzt Fumetto oder Comic-Festival Hamburg. Okay, Fumetto ist alt. Stimmt, ja. Aber halt, ich bin schon sehr beeindruckt von diesen Menschenmassen. Einige, falls es zusammenkommt, oder auch morgens in den Bahnen. Ich kann dir sagen, da lernt man sich kennen. Stimmt, ja. Ja, und du bist offensichtlich Comic-Autor, veröffentlichst jetzt bei einem meiner Lieblingsverlage bei Edition Moderna ganz aktuell dein Werk Meander. Auf das wir gleich natürlich noch im Detail zu sprechen kommen werden, aber vielleicht erst mal so ein bisschen zu dir. Wie bist du eigentlich in die Comic-Szene gerutscht? Also ich war immer schon Comic begeistert, schon vom Kind weg. Hab immer extrem gern gezeichnet. War dann auch immer in so Schulen mit Kunstschwerpunkt. Hab immer gern Comics gelesen und dann bin ich aber auf die Kunsthochschule gegangen in Wien. Da bin ich dann so ein bisschen weg vom Comic. Da habe ich dann aber mit so anderen Kolleginnen von der Uni haben wir ein Magazin gegründet, das heißt Franz de Lonely Austrionaut. Das gibt es jetzt leider nicht mehr nach über zehn Jahren. Das waren einfach Kunststudentinnen, die sich für Comics interessiert haben und die Comics machen wollten. Und wir haben das dann so selbst verlegt. Und ja, genau. Und so über das Magazin bin ich eigentlich wieder Und so über die Fanszenes bin ich wieder zum Comiczeichnen eigentlich gekommen. Weil es ja auch eine besondere Kunst ist. Das eine ist ein tolles Bild zu machen, das andere eine Geschichte mit vielen Bildern zu erzählen und das dann irgendwie auch zu kombinieren und all dem da eine Story quasi zu erzählen. Das ist schon eine Herausforderung. Und gibt es da jetzt noch mehr als Nomiander von dir? Hast du noch andere Werke gemacht? Also Bücher, fertige Bücher dann auch? Das ist mein erstes Buch bei einem Verlag. Ich habe ich habe mal ein Buch im Eigenverlag gemacht. Da ging es das ist auch so eine Familiengeschichte. Da ging es um meinen Großvater, der auch aus Ungarn geflohen ist. Das war mein Diplom in der Kunst Kunsthomie. Und sonst habe ich eigentlich nur Fanzines gemacht. Kann man das noch kaufen? Die ist das erste mit deinem Großvater? Nein. Nicht? Okay. Das spiele ich mir. Also ich habe nur so 40, weil ich habe die auch selbst produziert gebunden. Das war eine sehr kleine Auflage. Ich verstehe. Ich habe nur mehr eins selbst. Ja und jetzt kommst du ja aus Österreich, aber Edition Moderne ist ja ein Schweizer Verlag. Wie habt ihr euch kennengelernt? Oder wie seid ihr zusammengekommen vor allem? Ich habe einfach die alle deutschsprachigen Verlage, die ich gut fand und wie wie du ist das einer meiner Lieblingsverlage, wie bei dir, habe ich mein Manuskript geschickt. Da hatte ich so bereits so 100 fertige Seiten und das Storyboard und ja, die haben es dann genommen. Sehr gut. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen, wovon handelt eigentlich Meander? Ich habe wie gesagt die Hälfte ungefähr des Buchs schon lesen können und bin wirklich beeindruckt auch von der Immersion letztlich. Also du erzählst ja so ein bisschen auch, du erzählst ja eine Familiengeschichte auf verschiedenen Ebenen ja auch und unter anderem habe ich das Gefühl, auch wenn es teilweise nur sehr punktuell ist und wir eigentlich nur eine Beschreibung des Bildes kriegen, als wüsste ich so ungefähr, wie die Stimmung im Bild ist. Also du hast da auf jeden Fall viel Emotion noch mit eingebaut. Erzähl doch mal so ein bisschen vielleicht bevor ich es versuche, wovon handelt Meander? Also Meander handelt nicht so von meiner engen Familie, sondern von meiner, der Familie meiner Großtante und zwar ist meine Großtante und meine Großmutter sind beide während dem Volksaufstand in Ungarn 1956 geflohen und meine Großmutter ist dann in Österreich geblieben und ihre Schwester ist nach Kanada ausgewandert und dann gab es eigentlich fast keinen Kontakt mehr zu diesem Teil der Familie und ich habe das auch nur so mal so nebenbei erzählt bekommen von meiner Mutter, da war ich schon so um die 20 oder so. Ah ja, ich habe ja da diese Tante, die heißt Edith und nach der ist mein zweiter Vorname benannt und genau und dann hat sie mir noch gesagt, ja ein Cousin von ihr, also der Sohn dieser Tante, der lebt mit einer indigenen Frau zusammen an einem großen See und einfach diese wenigen Informationen haben so viel in meinem Kopf ausgelöst, so viel Fantasie und irgendwie ich habe mir da ganz tolle Bilder irgendwie schon habe ich da im Kopf bekommen und wollte dem dann unbedingt nachgehen auch weil es so wenige Informationen waren und habe dann diesen Cousin weil da wusste meine Mutter den Namen und den Ort habe den dann so über soziale Medien gefunden und kontaktiert und der war zuerst irgendwie auch skeptisch wer ich da jetzt bin und aber im Endeffekt haben wir dann telefoniert und er hat mich dann eingeladen zu kommen und dann bin ich da mit meiner Mutter, die auch mit wollte hingereist und und habe dann diesen George heißt er das ist eine der Hauptfiguren im Buch getroffen und da beginnt eigentlich der Comic auch schon also der rote Faden durchs Buch ist so meine Reise nach Kanada und wie ich diese Verwandten dort treffe und dann gibt es so Interview Episoden die ich mit denen gemacht habe das ist eigentlich der größte Teil vom Buch wo sie mir irgendwie die ganze Geschichte beginnend in Ungarn mit dem Volksaufstand die Flucht wie ihr Leben in Kanada verlaufen ist okay das eine ist ja die persönliche Motivation dahinterher zu reisen und die ganzen Infos aus der letztlich ja dem verschollenen Teil der Familie zu eruieren das andere ist es daraus ein Comic zu machen wie ist denn die Entscheidung gefallen also ich habe hatte die Idee das wäre ja also noch bevor ich hingefallen bin das wäre doch ein guter Stoff ich wollte schon lange einen längeren Comic probieren und ich habe aber kein Thema gehabt oder so was was gereicht hat und dann habe ich eine Förderung angesucht für eine Recherchereise für ein Buch ein kurzes Konzept geschrieben habe noch nicht gewusst was da auf mich zukommt und und habe dann eine Förderung bekommen die dann konnte ich damit nach Kanada und habe das mal auf mich zukommen lassen ich habe mir auch gedacht wenn es überhaupt nichts wird dann mache ich so ein kleines Heftchen darüber wie das so gescheitert ist eine Suche oder so aber ich habe eigentlich so viele tolle Geschichten dort entdeckt die das Buch ist ja auch ziemlich dick geworden ja tatsächlich genau und du hast recherchiert es sind viele Sachen rausgekommen du erzählst dann letztlich das was dir erzählt worden ist nach auch als eben als Comic insbesondere und vielleicht auch gleich das erste was mir aufgefallen ist bevor wir in die einzelnen Details gehen und so ist dass du vom Layout eine ganz besondere Entscheidung getroffen hast denn du separierst relativ deutlich Text und Bild voneinander wir haben ganz oft Seiten die nahezu ohne Text auskommen aber trotzdem Panels haben und dann daneben nochmal diese weiße Seite mit dem Text der da ist wo der wäre wenn er auch auf der anderen Seite im Panel gewesen wäre wie kam es zu dieser Entscheidung ich habe die ersten 100 Seiten hatte ich den den Text in diesen Kästchen und es war dann so dass es irgendwie zu dicht war es war ein bisschen ich fand es ein bisschen anstrengend dann zu lesen und es hat sich manches auch irgendwie so gedoppelt von Text und Bild und die Idee ist eigentlich in Zusammenarbeit mit dem Verlag entstanden da war ich auch offen mit denen so das über ein Konzept zu arbeiten dass die sich einbringen und dann haben wir das irgendwie mal so ausprobiert wie das ausschaut Text links Bilder rechts und plötzlich plötzlich hat sich das so viel luftiger gelesen und wir fanden dann alle zusammen fanden wir das Konzept gut und es ist auch nur in dem Teil wo quasi Oral History passiert also ich habe diese Interviews habe ich aufgenommen und dann transkribiert und daraus so eine Narration gesponnen also ich habe viel viel gekürzt und 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 angeordnet dass es halt spannend zu lesen ist und ich finde dass das so symbolisch nochmal dieses diese Oral History betont dass das quasi so ein Off-Text ist zu den Bildern genau weil es natürlich eine sehr interessante Fokusverschiebung vornimmt wenn ich sonst ein Comic lese dann habe ich im gewissen Rahmen die Wahl nehme ich den Text gesondert war die Bilder gesondert war oder versuche ich und das ist ja das Ziel eigentlich des Comic-Lesens beides irgendwie in sich kombiniert als Kunstwerk wahrzunehmen hier haben wir natürlich diese letztlich Trennung dann auch auf einigen Seiten und das ermöglicht es mir als Leser mir sowohl dieses Artwork nochmal ganz genau anzugucken und dann den Text zu lesen so rum ist es ich habe es jetzt als PDF gelesen erst das Bild dann den Text richtig das hat verschiedene Effekte unter anderem hat es den Effekt dass ich das Gefühl habe ey das habe ich doch aber gerade gesehen warum kriege ich es jetzt nochmal gezeigt aber es gibt natürlich mehr Details die ich vielleicht so nicht wahrgenommen habe und es ermöglicht es mir natürlich aber auch mich mit dem Text und seiner Formulierung ein bisschen genauer zu befassen war das so Absicht in der Form es ist im Buch ist der Text links und das Bild rechts ok ok also ich lese erst den Text und kann dann mir nochmal genau angucken wie das optisch auch dargestellt ist ja ich finde im Buch in Buchform funktioniert es ganz gut dass man die Doppelseite sieht und dann links den Text zuordnen kann zu den Bildern also ich würde gar nicht sagen dass man zuerst den Text liest und dann das Bild unbedingt weil man es schon gleich weil man es so nebeneinander anschauen kann und und dazu habe ich halt diese Kästchen dann auch drin gelassen und links ist das Layout vom Text auch so dass man irgendwie versteht zu welchem Bild welcher Text gehört verstehe genau wenn man es dann gleichzeitig auf der Doppelseite wahrnimmt das ist immer der Nachteil wenn man es als PDF das ganze auf dem Tablet liest stimmt ja deswegen ist es hier vielleicht auch gar nicht so gut für eine digitale Auswertung auch geeignetes Meander ist natürlich so dass ich dann dieser wenn man es gleichzeitig wahrnehmen kann den Doppelungseffekt nicht einstellt also wenn du quasi den Text liest und dasselbe dann nochmal siehst so wie in Golden Age die Comics für den Superhelden waren sondern das erstellt sich dann so in der Frage ja gar nicht vielleicht lass mal ein bisschen auf die Inhalte zu sprechen kommen also vielleicht kannst du mal so ein paar Anekdoten ein paar Sachen rausgreifen die dir besonders in Erinnerung geblieben sind die dir besonders gefallen haben wenn ich da vielleicht mal schon mal eins vorweg greifen darf gleich auf den ersten Seiten wo mir echt irgendwie so da habe ich so eine innere Träne so ein inneres Lachen gehabt ein kurzer Moment nämlich als quasi die erstmalige finale Bestätigung kam dass du hinreisen kannst du hattest erst ein quasi anonymes Gespräch mit scheinbar deinem Urcousin, Cousin, Großcousin was auch immer geführt ja der abweisend reagierte weil er halt dachte er wird gerade veräppelt und dann hast du irgendwie noch ein Gespräch geführt oder ne gechattet habt ihr glaube ich irgendwer hat gechattet ja und da kam dann plötzlich die Bestätigung man hat sich Fotos hin und her geschickt und ach guck mal hier und natürlich könnt ihr kommen oh mein Gott ist das alles echt das war ein toller Moment gleich auf den ersten Seiten dachten wir so geil und dann zu George in dieses kleine Cuff Picton gefahren am Lake Ontario und George war am Telefon also er hat uns eingeladen aber es war so eine Skepsis da und sobald wir uns aber dann gesehen haben war das sofort weg und wir haben uns sehr total familiär gefühlt wir haben ich hatte dann dort auch so ein Zimmer eigentlich in Picton gebucht und er hat dann gesagt nein das stornieren wir jetzt jetzt kommt mit zu mir und so genau das war wirklich sehr schön und er hat uns dann es war dann auch ganz interessant weil er mit meiner Mutter meine Mutter spricht nicht so gut Englisch und die beiden haben dann immer Ungarisch miteinander gesprochen was ich nicht sprechen kann also es war dann wir haben uns dann teilweise gegenseitig so übersetzt was der andere gerade sagt genau das war auch spannend ja und einfach so meine Großmutter hat eben weniger zählt über die Flucht und so und da habe ich wie so wie das abgelaufen ist damals das war ganz neu für mich im Prinzip ist das für dich denn selbst irgendwie auch so ein Erkenntnis gewesen oder hast du da irgendwie so für dich selbst noch was rausgenommen man könnte poetisch sagen dich selbst ein bisschen mehr gefunden auf dieser Reise vielleicht müsste ich da eher dann über über das dritte Kapitel sprechen das du glaube ich jetzt noch nicht gelesen hast also das Buch das Buch handelt ja von also es gibt es geht um Personen über drei Generationen und im letzten Kapitel treffen wir Steven das ist der Sohn von George wo wir zuerst waren ja und Stevens Mutter ist eine indigene Kanadierin eine aus dem Stamm der Anishnabek und den haben wir dann auch noch besucht und der hat uns eigentlich dann oder hat mir dann die ganze Geschichte der Anishnabek und der indigenen Bevölkerung in Kanada erzählt was mich auch wirklich total schockiert hat wirklich ganz schlimme eine ganz schlimme Geschichte oder aufgeklärt hat auch über so die die den Rassismus in Kanada eigentlich gegen die indigene Bevölkerung um jetzt wieder zu deiner Frage zurückzukommen es war interessant dass eigentlich die Generation also meine Generation erst die Generation ist irgendwie in meiner Familie vielleicht ist das auch exemplarisch die wieder so Wurzelforschung macht und die die wissen will wo sie herkommen und und Steven hat eigentlich seine indigene Kultur mehr wieder wieder entdeckt weil er weil er weil seine Eltern noch so eher so christlich aufgezogen haben und und er das total also diese indigene Kultur war ja lange so sogar verboten in Kanada und er hat entdeckt das neu und und belebt das wieder neu und da habe ich mich irgendwie wieder gefunden weil weil ich auch der einzige in meiner Familie bin der jetzt plötzlich die Vergangenheit aufarbeiten will oder so ja und genau und dann gibt es noch ganz am Schluss im Epilog ein kleines Epilog Kapitel wo ich dann auch eine eine Cousine treffe die Susan die plötzlich sagt ja eigentlich sie sie will wieder nach Ungarn irgendwie ziehen ganz zurück zu ihren ursprünglichen wo die ich gar nicht kenne in dem Sinne ja auch genau die sind in Kanada geboren und ja wie ist jetzt dein jetziger Kontakt zu dem Teil der Familie also wir wir sind über Social Media in Kontakt und haben telefonieren manchmal ja das ist schon mal mehr als manche Leute die zusammen aufgewachsen haben noch das ist dann schon so eine Besonderheit und es ist natürlich auch wirklich eine sehr biografische Geschichte also ja sie ist zum einen als Zeitzeugnis super geeignet weil sie natürlich exemplar steht für andere Flüchtlinge auch aus dieser Phase weil du ja auch wirklich Emotionen vermittelst ich kann mich jetzt an Seiten erinnern wo wir dann natürlich im Hintergrund mal Bombeneinschläge sehen irgendwas explodiert warum fliehen die jetzt eigentlich weil halt beim Nachbarn gerade die Tür eingetreten worden ist und spätestens jetzt haut man halt einfach auch mal ab wenn man kleine Kinder hat das sind also sehr emotionale auch Zeitzeugnisse die das Ganze dann auch einfach der ganzen Geschichte drum ein bisschen mehr Fleisch geben so letztlich das ist halt eine super Sache und deswegen schon sehr interessant aber das Ganze kommt auch daher in einem Artwork das ist wirklich sehr ausgearbeitet das kann ich sagen also da ist viel Detailreichtum mit dabei da sind ich kann mich tue ich immer schwer mit Formulierungen in dieser Art aber letztlich ich glaube hier viel Arbeit zu erkennen wie lange hast du dran gearbeitet an diesem Gesamtwerk ich war in Kanada Ende 2018 und dann habe ich mal ein Jahr lang das Material gesichtet und in Textform gegossen und so und langsam überlegt was ich damit machen will und dann habe ich so vier Jahre am Buch gearbeitet natürlich musste ich Geld verdienen auch und hatte immer wieder Aufträge also ich konnte nicht durchgehen am Buch arbeiten aber ja so vier Jahre bin ich dran gesessen und ja es war viel Arbeit das glaube ich sehr gern ja wie hat deine Familie dann darauf reagiert als sie das fertige Werk in der Hand hatten die haben es bestimmt alle gesehen oder na das ist gerade erst erschienen okay hätte es sein können dass sie schon Artworks gesehen haben ja doch doch das bin ja ich so im Sinne von also meine Mutter da habe ich immer wieder Zwischenstände geschickt und die berührt das sehr also und meinen Verwandten sonst habe ich auch ein paar Mal was gezeigt unterschiedlich also manche interessiert das jetzt auch gar nicht so komischerweise da wird ein Buch über mich gemacht und das interessiert also halt eher so diese Verwandten die jetzt nicht vorkommen so ja und denen denen die im Buch vorkommen in Kanada die habe ich schon abgedatet aber eher denen habe ich nicht wirklich die Bilder noch gezeigt ich habe es ihnen gerade geschickt das Buch die haben es also noch vor sich das zu entdecken genau sie können Deutsch die Bilder sind ja ich habe ihnen eine englische Version also nur den Text habe ich ihnen geschickt auf Englisch ach schön ja und jetzt sind wir hier auf der Leipziger Buchmesse du sitzt wahrscheinlich bei Edition Modern hast du auch Signierstunden ja hatte ich jetzt also morgen fahre ich wieder ah ja okay wie ist die Resonanz vom Publikum haben die es teilweise schon gelesen kaufen die da auf gut Glück oder hast du da speziell jetzt auch eine Zielgruppe wo man sagen kann die es geschichtlich interessiert oder das sind eben jetzt auch genau potenziell Familien mit einer ähnlichen Geschichte kann man das irgendwie sagen also ich hatte jetzt schon also ja ich kann jetzt nichts Allgemeines irgendwie sagen viele Comics interessierte und Graphic Novels interessiert genau also es haben auch Leute die vielleicht sonst nicht so Comics lesen hatte ich das Gefühl Interesse vielleicht auch aber wegen dieser Trennung vielleicht weil man den Text mal allein lesen kann ich kann mir vorstellen dass das dass das auch ganz gut funktioniert für jetzt nicht so Comic affine Leute so als Zugang vielleicht auch zum Comic vielleicht dann nochmal ganz kurz nochmal zurück zur Edition Moderne weil das natürlich auch ein Verlag ist bei dem ich gewisse Sachen erwarte mit einem gewissen Anspruch den ich ja definitiv auch bekomme das heißt also es passt super ins Portfolio soweit ich das beurteilen kann wie sah denn das da aus mit der Zusammenarbeit du hast den ja nicht das fertige den fertigen Comic geliefert oder das war ja in der Entstehung letztlich wie sah denn diese Feedback Schleife aus haben die hin und wieder irgendwas gesagt haben die Anregungen gegeben was man anders machen könnte wir haben das Layout schon unterhalten aber gerade so bei anderen Sachen auch so Verlauf Ablauf denke ich mal von Dingen war das ein Thema Feedback schleifen wie sah das aus Also eben das größte Ding Also eben das größte Ding war diese Layout Idee die mit ihnen in Zusammenarbeit entstanden ist und also sonst hatte ich eben ein Storyboard und da wurde recht wenig geändert es war dann auch eine Lektorin dabei die hat in meinem Fall auch mehr am Text gearbeitet und wir haben dann ich habe manchmal so sind die Panels haben die Panels so Wellen statt geraden Linien da haben wir uns ein bisschen nochmal überlegt wo das Sinn macht und wo nicht also das sind dann oft so Erinnerungen in Erinnerungen oder Fantasievorstellungen wo es dann ein bisschen vielleicht surrealer wird oder so da kriegen die Panel Ränder dann so eine Wellenform das haben wir auch nochmal an manchen Stellen geändert vom ursprünglichen von der ursprünglichen Version interessant genau sonst eigentlich auf der Bildebene war sonst wenig Änderung vom Storyboard und den fertigen Seiten Alles klar Mensch lieber Vince dann danke ich dir auch schon vielmals fürs Gespräch für die Zeit die wir sie genommen hast uns vor allem auch diesen Comic zu präsentieren das ganze aufzuarbeiten da sind wirklich viele interessante Sachen drin und ich denke da sollte man auf jeden Fall Leute guckt einfach mal in die Leseprobe rein das überzeugt euch wahrscheinlich schon es war mir eine wahre Freude lieber Vince viel Erfolg noch mit dem Buch und bis zum nächsten Mal Ciao Das nächste Gespräch für euch mit einer Größe mit einer echten Comicgröße die hat schon wahnsinnig viele tolle Sachen gemacht und ist im europäischen Markt unterwegs wie kaum ein anderer er hat ganz viele Sachen schon gemacht er ist bei Spirun im Start gewesen er hat die Schlümpfe schon gemacht er hat viele eigene Reihen auch am Start und ganz aktuell kommt was das war eigentlich weg und jetzt ist es wieder da es erscheint bei Carlson Comics und es heißt Patsy was genau Patsy ist und warum das eine der Reihen ist die man vielleicht unbedingt kennen sollte darauf werden wir jetzt zu sprechen kommen ich werde das Gespräch mit ihm auf Englisch führen und ich bin mal wieder sehr gespannt wo die Reise hingeht Hi my name is Andy who are you Hallo my name is Thierry Capeson and like you can hear I live my very strange accent I'm French and living in Copenhagen so I've been there in good Denmark for around 30 years now yes I had a short a very short look on your whole vita and to say it simply you did everything a comic artist could do didn't you no not everything but I've been I've been very very lucky I'm on the in the comic books branch for now 40 years so I knew all the good gold guys I worked with some of them and I knew of course the new generation and I was very very lucky because when I came in Denmark the market was a little poor it was not so much things over there so I come with my French style and they say maybe we can use you there and there and there and I work I work so for Petsy I work for something in in Norway it's called in Norwegian Floklupa it was some some movie in Germany in the in the 7080 called Grand Prix with a very very well known car called El Tempo Giganten and since 2015 I work also on this one I work for the magazine Spirou I work for for many other things I'm lucky I'm a very very lucky and happy artist every time I get the chance to meet an experienced artist like you I'm asking one pretty general question but it's important for me and for my audience now you got so many years in the in the in the scene in the in the business after all what do you say what are the especially in the last years the biggest changes in the whole industry I think this is very very there's so much dynamics into the in the business what do you say are the biggest changes in the last years well there's a lot a lot of new artists pushing now and a lot of them work digital and you can feel that on the drawing so you can feel that on the paper they work a lot with digital colors they work they have a lot of inspiration from from movie they have inspiration from anime from from cartoons and you can recognize that it's a shame because in a way there's a lot of artists today who are very good but they all have the same style because it came from from the digital so the big change I think it's here and more and more the comics are approaching the anime are approaching the cartoons so there's a connection between comics and animation in a way in the old days many of the old people like Franca Maurice start with with animation and they continue after that with comics but today the people the young people who start with 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 comic books they look at the comics sorry at the comics at the cartoons we have a very good example for example in the beginning of 2000 Guarnido he's come from from Disney he was making animation at Tarzan and now he make Blackside and you can recognize in Blackside some Disney line many young people also today who make the manga you can see that where the inspiration comes from so I think this is the huge huge difference all time they were creating there was no inspiration well they were inspired by the American artists by Disney and by Milton Canney fund company but today the inspiration are too huge would you say the business is getting more internationalized because the influences are more international than they were 20, 30 years ago absolutely yes for the 40 30, 40 50 last century they were looking at what's happened in America so it was all the big classical and of course Disney and for example if you look at Petey now I know we are in the podcast but I show you a book here and you can see on the book there's the face of Petey if you look how Petey is built that's Mickey Mouse yeah I can see you can see that you put here so the people was very influenced by that so it was the big America so coming in Europa through Belgium and it's a long story you have to read the books to tell you about this story and after that he's going to France and Germany and he explodes very slowly but he was slowly today Japan America the thing from England underground it's everywhere I even saw some African comic books who are pretty good so yes one of today's topics lots of artists are suffering from is the whole topic of AR art and artificial intelligence art lots of ceilings out there and lots of people are getting scared because of this do you have an opinion about this too of course I have an opinion about what's happened today of course artists are afraid about that the artificial intelligence now take over I think we don't have enough distance it's quite new to see what will happen but I can understand if you see the drawing you can find on the net making by artificial intelligence they are amazing but you know it's not about drawing it's about telling story so can artificial intelligence tell a good story make a good book yes they can make beautiful picture yes they can change a little bit angles or they can make something amazing to see colors and everything you know but can they tell a story because whatever you are doing in every media cinema painting comic books even music if you don't have a good story behind the people will be amazed by the drawings or by the thing they see but after two albums three albums sorry for my but it's going down I take example now we have so many TV series well wow it's amazing to see wow look at that this new Star Wars series after three episodes you say I don't want to see that anymore yeah you're overwhelmed by the optics but exactly kind kind and artificial intelligence make a good story that will take the breath of the of the audiences I don't know here on the Leipzig book fair we are right now there is the and they brought you here because there's something new out here in Germany something you are responsible for and something I had the chance to read before and it's called Petsy you already mentioned it and to be honest it's my first time I get connected to Petsy because maybe of my age possible maybe you can tell us what is Petsy and why is he so fucking cute well Petsy is from 1951 and he's from Denmark he had been created by Carla and Willem Hansen and it was in fact some strip for the newspaper and the funny part was that every day Willem Hansen drew a strip for the newspaper newspaper and Carla should write under the strip the story so Willem just draw something and he have of course a little bit idea which it should be but Carla his wife write something under and it's why Petsy are totally crazy sometimes because the drawer and the people write story Carla was not the same person so he made a comic book since 1951 to 1966 and that's it so Carlson and Casterman in France take the strip cut the strip and make comic book with that so why we speak still about today about Petsy because Petsy is a bunch of kids it's a bunch of kids who have no message to tell to the other they don't say be careful eat bio vegan save the planet be careful to that and that no 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 they don't care they build a boat they travel they meet people it's in fact kids before they've been touched by the world of adult there's no money there's no politics they're just innocent of the kids I have a good example for example Petsy built a boat was the first one so they have to build a boat so they see a tree let's cut the tree the tree fell on the house of the pigs destroy completely the house the pigs go out and say why why are you destroying my house and Petsy said we build a boat it's for that so I'm coming with you that's it that's it I mean it's like kids they play today and Petsy is still popular today because we follow the same structure they go some place they meet people they are polite they invent things they build things they break things you know for example here in the room where we are we have a table and some share well Petsy will break this share and make a plan with that because it's fun because it's fun exactly and he doesn't care who owns the share there's no people who own thing Petsy farmer they just grow some carrots and they have too much carrots oh you know what we go to the city here and we give that to the bookmaster the bookmaster is on the top of a big bunch of carrots and he said to the people good people of the city this is carrot for free and everybody is coming and take carrots that's it I think it's pretty hard I'm using these figures and this kind of storytelling to tell a story after all you've got a comic book here more than just one page there are several pages and I'm pretty sure you want to tell a story so maybe is this a big task is this a problem using figures like this and to tell a bigger story no not at all because you know he's traveling the world he meet people and each time people have small problem and so he is here he try to to help to do the best and he meet some crazy stuff you know he go some some crazy place and he take pages and pages you know you have been kids like everybody you have been you know this water in the in the pavement you have the pavement in the street and you have the water did you make a little paper a boat of course egg so Petsy's dad he make a paper boat but he making it real and you when you're a kid you make this paper boat and you're looking at this boat for moving away and you have the story in your head that's Petsy and I'm sure you have millions of stories in your head when you were a kid you breathe your own fantasy that's Petsy and with that you can make many pages and that's great in the last one it's called German Petsy becomes Nasefuse exactly yeah well he's going away and suddenly he go in the island and in this island he see a lot of people with a lot of ice and a lot of people burning some tree why you are burning some tree oh because we're in the island we are tourists and we're cold yeah that's it in normal life well you don't go in the island with ice if you are cold so and Petsy say okay but okay what's happened here so he go and visiting a friend a penguin but because the island here make a lot of warm the island of the penguin are melting they're suffering because they're sitting on the water so here we make a little bit of connection with what's happened to the world but at the Petsy way we don't speak about the global warning or something we speak about crazy people making a fire and the penguin can't live here oh Pingo you have some ideas and he helped them in a way and suddenly he go to the to the tourists and say you know what you can use the snow make some ski oh yeah okay super yeah so would you say after all it's a nice funny comic for children or do you have older audience in mind too that's a good thing like I say it's child first premiere story because the child can connect it with this character they look like them you have Petsy who is a little bit kind of chef but you have some ideas you have Pingo who are the guy who always fell thing fell into his head and you have Ricky and Ricky Pelle in German and Pelle you have a lot of thing in his mom thing he's big how you call that in English and it's like kids who always have a lot of thing in the pocket yeah okay and you have the sea bear he's sleeping or he's eating and you have the kids who just I want to take it easy I want to eat and I want to sleep so all these people plus the two small the turtle and the parrot who are totally crazy represent a bunch of the people of the people of the young kids so in the way the kids can identify to this character very easily yeah because they're so different it's a gang the Patsy gang exactly and they're traveling like in imagination if you read good old story they're totally crazy they're absurd so the kids can read that understand that the adult will not understand because it's it's too far from what we used to now when we go to the shop we buy something yeah when we we want something we have all the time to make some commercial thing yeah there's no that they just take and build and that's it maybe you can say something to the history of the Patsy books at all you already mentioned the inventors of Patsy family Hansen and nowadays they had three books you said right and this is the three books collections collected ones oh no in Germany I'm not sure yeah no no they wrote a strip from 1951 to 1966 it was collected it was all this strip it was I don't know many 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 trips one a day for all these years the editor Kasterman and Carlsen take this strip cut it and make book with that so collect all this strip and the good old collection there's 39 books one of the last one is called Patsy in China and the first one was Patsy build a boat but in fact if you look at all this book it's a long story okay it's all the strip in fact was day by day yeah so you can put all this book together and you can have a big story with 40 books okay around after all how came you are publishing Patsy comics right now what happened it happened that William Hansen died in 1993 and Carl Hansen died a couple of years after so there was no more production there was nothing and the editor on Kasterman and Carlsen decided to let it be okay Carlsen Petzi was dead nothing to and I came and the people who have the right of Patsy are from Denmark so they contact me and they said do you want to make some small commercial drawings or make kid books so I said yeah I would be pleased to do that wow it was in 2009 I made the first book called Hello I'm Patsy using the Patsy artworks and the Patsy figures in fact I drew I drew with my style some new kid books meaning you know like illustration book big picture and some text and that so I make a couple of books like that a couple of drawing for commercial and one point I said I would like to make a comic book like it was in all day oh no no we don't do that we are in Denmark they say we are not interesting so I came in many many festivals I have contact with the caster man people with the cellar and in France and they say no we're not interesting people Patsy is dead nobody want and in one point I find a very nice editor in France it's called Corret I say I want to give you a chance what do you have in mind I said I want to build some new story so I contacted the owners in Denmark I said we want to make some new comic books okay make a contract okay every year every year three years we have a new contract and so suddenly Carlson in Germany say oh we want to be connected with that it's a good idea so they buy the right to produce my work and also it came Netherlands also wanted to do that so we have a couple of editors together and suddenly I make one book I make two books three books and I can see he grow up okay and especially in Switzerland we reprint non-stop we make some printing for 5,000 books but we have to reprint a few months later that's great that's incredible and the festival in Switzerland there are queue here at the fair book in Leipzig people was in queue this morning to have Petsy that's wonderful so what I did was a kind of revival I understand the concept like I told you of Petsy I know exactly what I can do and what I can't do for example Petsy superhero Petsy save the world no no way Petsy find a treasure and you have a lot of money inside no way that's not the purpose he will find a treasure inside it will be the recipe of pancake love story no 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 kids they try in Denmark to introduce a feminine character called Mila she look like a little bit Petsy she have a dress everybody had it it's not working kids don't think about love story did you think about going back to the roots and doing a strip again honestly strip is dead street was connected with newspaper and you know you know how it's worked the newspaper I don't think it will be the right media for Petsy again and Petsy is known for for books in many in many countries where people forgot the strip in the newspaper so I don't think it will be the good format well that's that's the way it takes time it took time I make now the comic books since 2017 we had unfortunately the the pandemic but anyway the people continue to buy it they still love it yeah let's talk about the production of the book and especially the creative part of it you work together with Per Senderhagen yes please tell us how did it work out how did you work together who pitched what okay there's a story in that yeah first I work with Per Senderhagen who is a Danish old guy and he worked with Karl Hansen in old days in the 90s so they make some story together and he take over the story and the drawing in one part of the Petsy make some few illustration books and when I decide to make comic books of course I contact him and I say do you want to write a story yes of course so he writes a couple of stories but he's an old man and in one point he collapsed he said sorry a blackout he said to me I can't follow I can't find a story anymore so I was in the middle of one book I think it was the which one was it it was I think it was this one Petsy become Nazafuz he couldn't finish it so I contact one of my good friends in France he's called Frédéric Bremo with a recognized writer to finish the books and after that I say I can do it by myself I contact Per and I said to Per what do you think you know the world the world of Petsy you know all the concepts you can make a book by yourself so I made the Christmas of Petsy the next one was coming is called Petsy go under a hearth and I'm working now for one is called Petsy in holidays and I will work with one of my good comrades called Yvan Molinaro with a French guy on the new book it's called Petsy in Switzerland so each time I do it myself it's a great idea you can see they go swimming in the chocolate play with the especially because you say there's a big audience I want to thank you thank them I say thank you guys to appreciate and I want to make something not like asterix or with cliche but for example stupid idea Petsy goes in the lemon lake the lake of lemon and you arrive in Geneva and they have this big water I always call that spring water you know that in Geneva yeah of course okay and when Petsy arrives there's two I say wow what's happened so they arrive and of course there's the whale and Petsy says what are you doing and you know we don't care about sell water or not it's Petsy world oh it's the good weather and the good health from Switzerland I want to relax a little bit there's so much positivity in all your words and all the stories I think you're telling it's a good world we can see escape maybe somehow where's the Petsy cartoon show I can see it can you see it too sorry I don't understand this one an animation show I'm really thinking about is there an animation show of course making by yes making by the German studio nowadays yeah now it's on ZDF it's ZDF for kids it's called ZDF Kika yeah this one they are on Kika and I think there are two seasons of 20 episodes of 26 minutes I'm not sure about that and they made by 3D but it's a very beautiful 3D with a texture on it were involved no not at all not at all they show me that before the pilot and everything and I say wow that's amazing and really the graphics are beautiful so they are now there they have been some licenses have been sold in Japan so it's quite big also a lot of merchandising a lot of things on Petsy and well just between you and me and a million of people they are thinking about making a full film oh yeah okay it's on the way oh yeah so that's it's quite it's quite genius so yes a lot of things happen around around Petsy and in many countries so yes you you already mentioned the audience here in Leipzig at the book fair standing in line to get a signature from you not from you from Petsy because I mean well I always say that you know Capeson people they don't care they care about this little beer with red and white spot so they are in line and when they come everybody with light in the eye stars say it's all my childhood and when I draw the Petsy I can see they say nothing and their size begin big and big what's their age all ages all ages that's the most amazing you have this morning I have a guy 21 years old I grew up with that I have an old lady 17 years old I was kids that say oh my parents read that to make me sleep all age are there I was exciting to see also some students they don't care about Petsy oh yeah I remember I read that with my grandmother Petsy connect the family together last question for this part you work together here with Per and Frederic how long did it take because we are about 50 pages or something not like yeah you know no it's 49 maybe it's like 40 something pages how long did it take you to make one of these books okay normally it take me around six months to seven months and in the meantime I give that to the people who make the colors so all together it's six seven months like I say now I make myself the manuscript the manuscript is quite quick like for example the new one I'm working on right now it's about the holidays so I have in my head okay how the holidays are they build a camping car and with wood but they don't think about the motor so they have to push the camping car all the way to the place they go to visit in grandfather and when they arrive to grandfather they take the boat and they just enjoy the ride and a lot of people they meet around yeah it's totally crazy there's a guy with a bathtub on the back Nippopotam and running and Petsy said why are you running like that because I can't remove this stuff from my back and the guy is running so much fun I'm pretty sure this is the right coming for the right time the world getting darker and darker there's a way like Petsy to escape this world and to have lots of fun together with children to read it together with them yeah thank you very very much for having you for the time and for the nice interview here to Petsy and other I thank you very very much and people read Petsy like you said in this dark time we need to have a little smile and connect with our in einem der tatsächlich letzten Gespräche das wir bei der Leipziger Buchmesse führen werden habe ich endlich die Gelegenheit mit jemandem zu reden der ist ein bisschen rumgekommen und zwar ein bisschen sehr rumgekommen er war weit weg er war in Australien unter anderem hat da viele Sachen erlebt und soweit ich mich informiert habe gibt es mindestens zwei Comic Bücher die in dem Zusammenhang oder zumindest auf diesen Tattoo habt ihr das schon gehört ganz woanders in dem Interview selbst geplagt habe ich war gerade bei Steffen Volkmar in seiner Show Nerdinger zu Gast und wurde gefragt was ich zuletzt an Graphic Novel gelesen habe und da habe ich Werbung für dich gemacht gut oder richtig gut ich freue mich tierisch dass er da ist hallo ich bin Andi und wer bist du moin Andi ich bin der Jan Jan Bauer Hallo Jan stimmt das dass du in Australien warst ja ich kann es sehr schlecht leugnen wenn man zwei Graphic Novels darüber veröffentlicht hat dann wird es ja langsam auch eine Sache die öffentlich bekannt ist und das stimmt und ich war sogar mehrfach dort also ich habe eine Wanderung unternommen im Jahr 2012 mit dem Ziel durch die Wüste zu wandern zu einer Aborigine Siedlung namens Junne Mo und anschließend dort auch ein bisschen zu recherchieren ich hatte mir so fünf Wochen Zeit vor Ort eingeplant in der Wüstensiedlung nach einer fünfwöchigen Wanderung und musste leider feststellen also A war die Wanderung viel zu gehaltvoll und als Geschichte viel zu interessant um quasi Teil eines Buches zu sein wo dann noch ein Thema wie Aboriginal Australia angeschnitten wird also wurde mir klar dass ich das aufteilen müsste dass es also ein Buch über die Wanderung geben würde und ein zweites über meinen Aufenthalt in Jundemoo und zweitens wurde mir klar dass in den fünf Wochen die ich da war das war überhaupt nicht machbar da wirklich einen Einblick zu bekommen in diese Welt also die Kultur zu verstehen zu schauen wie leben die Menschen dort da und aber auch wie wirkt sich der Culture Clash aus zwischen der Kultur der Wallprey und dem Weißen Australien Darauf werden wir gleich noch mal im Detail zu sprechen kommen wenn wir uns über das Buch auch konkret unterhalten was die Besonderheiten letztlich sind aber vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück und auch zu dir du bist offensichtlich Comic Artist erzähl doch mal so ein bisschen wie du in diese Szene reingerutscht bist was es von dir gibt warum faszinieren dich Comics ja das ist so ein Kindheitsding ich habe noch dieses Bild vor Augen damals auf dem Land lebend wie der Bücherei-Bus im Dorf parkte und ich dann mit Riesenstapeln von Asterix und Tim und Struppi und was man da nicht alles so in die Hänger kriegt das Dasein anfang nahm was natürlich dann auch noch förderlich war war dass ich irgendwie früh gemerkt habe dass ich offensichtlich besser teichnen kann als andere und das irgendwie immer mein Spaß war dann irgendwie Piraten schlachten und sonst was alles dazu Papier zu bringen ja und der Wunsch dann irgendwie das auch als Beruf zu machen der kam relativ früh wurde allerdings dann auch irgendwie wieder Adapter gelegt und ich habe dann Illustration studiert und bin zunächst mal auch mehr in Richtung Trickfilm gegangen und habe dann aber gemerkt ach das ist ja super nervig wenn man dann eigene Geschichten erzählen will im Trickfilm also ich habe mich dann auch mit Serienkonzepten beschäftigt und sowas aber du hast ja ständig das Problem du musst da unglaubliche Finanzbeträge zusammen kratzen also du kannst natürlich auch einen Kurzfilm machen eine Eigenproduktion aber da sitzt du auch sieben Jahre in deinem Keller und am Ende laufen da drei Minuten dazu und so genau ja und deswegen habe ich irgendwann gesagt ich habe da keinen Bock mehr drauf ich mache es doch mal wieder einen Comic und hatte eben diese Idee mit dieser Wanderung und irgendwie da hat es mich einfach gepackt also ich war noch nie in Australien kenne aber echt eine Menge Leute die schon in Australien waren weil man so ein bisschen das Gefühl hat Australien das ist so ein Ort in dem viele Menschen irgendwas suchen vielleicht sich selbst und vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht mit Australien und der Reise nach Australien verbinden vielleicht mal in deinen Worten was ist das Besondere an diesem Kontinent und was hat dich dahin getrieben was mich an Australien gereizt hat war zuerst eigentlich die die Natur und damit meine ich halt die Tierwelt Pflanzenwelt aber auch die Landschaft weil das so halt dadurch dass es geografisch so weit weg ist ist das eine unglaublich andere Welt und mich hat das so fasziniert du kannst nach Australien gehen und einen Stein umdrehen und du weißt nicht was da drunter ist manchmal ist das tatsächlich dann genau dieselbe Kellerassel die wir ja auch haben aber häufig genug findest du eben auch irgendwelche Käfer die völlig anders gefärbt sind oder irgendwie was also es ist eine völlig andere Tierwelt und das ist natürlich wenn du da ein bisschen mit offenen Augen rumgehst und auch mal bereit bist die Nase ins Gebüsch zu stecken da erlebst du da wirklich tolle Sachen und was dann dazu kam war eben die Aborigine Kultur wobei ich sag jetzt Aborigine Kultur genau genommen müsste man natürlich schauen welche Kultur meine ich denn jetzt eigentlich denn Aborigine Kultur ist ja ein allgemeiner Begriff da könnte man ja auch von europäischer Kultur sprechen absolut das war für mich auch mega die Erkenntnis also ich bin offensichtlich jetzt nicht der Aborigine Experte aber ich hab ja in deinem Buch das ist ja eigentlich genau genommen eine Mischung aus deiner Geschichte einer persönlichen Geschichte und Erfahrung vor Ort und natürlich auch Sachbuch da stecken wahnsinnig viele einfach auch dicht gepackte Informationen drin da hab ich beispielsweise auch eine Karte gesehen ich glaub das war über ganz Australien verteilt mit so verschiedenen ja einfach so Alltäglichkeiten und Geschichten und ich glaub es waren die Stämme verschiedene Stämme die es gibt weil es wohl auch gar nicht so dieses einen Aborigine Volk gibt auch schon weil die hunderte verschiedene Sprachen sprechen zum Beispiel vielleicht kannst du da mal so einen ganz groben Einblick geben was sind überhaupt die Aborigines gibt es die so überhaupt und was ist das Besondere an denen naja das ist ein Begriff der vereinheitlicht und halt die verschiedenen Völker von Ureinwohnern in Australien benennt und je nachdem wo du bist sind die natürlich ganz unterschiedlich also wir gehen davon aus dass es ungefähr 250 verschiedene Sprachen gab vor Ankunft der Europäer so viele von denen sind heute vergessen weil die Geschichte von Australien eben auch eine Geschichte blutiger und dreckiger Landnahme ist so muss man das schon sehen das war so ein Gefängniskontinent auch glaube ich irgendwie naja also die Briten haben zunächst mal ihre Strafgefangenen runtergeschickt ja ok und dann wurden die wurden die weil du sagst blutige Geschichte ich hab da so grobe Kenntnisse die wurden also ausgerottet über weite Teile und da wurden Menschen betrieben genau ja also es ging natürlich also die Europäer haben natürlich erstmal gesagt so ja wir sind jetzt hier und wir möchten jetzt auch unsere Schafe weiden lassen und so weiter das führt natürlich zu Konflikt und ja also zum Teil wurde natürlich auch versucht da irgendwie eine friedliche Beeinkünfte zu finden weil auch gerade am Anfang waren die Europäer ja nicht unbedingt sehr also gut aufgestellt da sondern einfach ein paar Siedler die dort angelandet sind vielleicht nochmal ein bisschen militärische Unterstützung also die First Fleet ich weiß gar nicht das waren glaube ich 22 Schiffe wenn ich mich richtig erinnere aber wie du so Europäer vielleicht erkennst die sind dann schnell dabei dass sie immer mehr wollen und das ja und da wurden da wurden so dreckige Tricks gespielt wie das halt absichtlich auch Krankheiten so wie Pocken oder sowas also tatsächlich Leute also Aborigines absichtlich mit Pocken infiziert wurden oder halt Mehlrationen bekamen mit wie heißt das hier Mehltau oder so oder nee also vergiftete Lebensmittel tatsächlich die Leute krank machen bis hin zu Massakern wo halt Leute wirklich also weiße Aborigines abgeschlachtet haben und Leute erschossen wurden ja gab es jemals eine Wiedergutmachung in irgendeiner Form? ja naja es gab ein also für die für die sogenannten Frontier Wars also diese Periode von der Landung der ersten Siedler bis hin zu was war denn das dann ja im frühen 20. Jahrhundert so kann man sagen hat sich das ein bisschen geändert und es gab nicht mehr diese blutigen Auseinandersetzungen für diese Periode ist mir das nicht bewusst es gab eine ganz wichtige Entschuldigung von Kevin Rudd dem australischen Premierminister für die Stolen Generation das war so ganz der hat sich dann tatsächlich ein Sorry ausgesprochen dafür dass in welchem Zeitraum war das ich glaube von den 20ern an vielleicht noch früher Aborigine Kinder und insbesondere solche aus Mischehen von ihren Eltern zwangsweise weggenommen wurden um ein weißer Obhut halt aufgezogen zu werden also es war so eine Art Assimilierungsstrategie also anders zu sozialisieren damit sie eben mit diesem originären Kulturgut und Gedankengut da in der Form nicht in Kontakt kommen quasi genau ja um den auch den weißen Lebensstil wieder zu bringen und so weiter und der ist ja ganz anders ich kann mich jetzt an eine Anekdote erinnern beispielsweise die Frage des Eigentums die ist auch in deinem Comic hier auch Thema wenn es um die Frage geht okay da arbeitet jemand im Supermarkt und plötzlich steht da die Familie in dem Supermarkt und möchte gern das Brot oder was auch immer aus dem Regal haben und will es aber eigentlich nicht bezahlen wie ist denn da das Verständnis von Eigentum insbesondere bei dem Stamm den du da besucht hast naja das Eigentum wird so betrachtet als ein kollektives Eigentum beziehungsweise ich als Individuum muss mit anderen teilen also das ist ja auch vernünftig also wenn wir beide jetzt in der Wüste unterwegs sind und wir treffen uns und ich sage hier ich habe hier also gerade einen Känguru erlegt oder sowas und du hungerst seit drei Tagen warum soll ich denn das alles alleine essen und das wird aber noch ein bisschen systematischer betrieben also je nachdem welche Verwandtschaftsbeziehungen bestehen bin ich halt mehr oder weniger mit in der Pflicht mit dir zu teilen was gibt es denn noch für Unterschiede ich hatte auf jeden Fall auch eine ganze Menge so Legenden solche Sachen mitzubekommen bei der Lektüre des Comics vielleicht kannst du da mal so ein zwei Sachen rausgreifen weil die sich ja auch auch aufgrund natürlich geografischer Unterschiede und vor Ort Unterschiede unterscheiden was sind so so eine Handvoll Legenden oder vielleicht kannst du da mal so ein bisschen anekdotisch erzählen was dir da besonders in Erinnerung geblieben ist naja also vielleicht sollte man sollte ich erwähnen dass das Konzept von Jokopa also die Ball sprechen von Jokopa in Deutschland sagen die meisten Leute Traumzeit oder Traumzeit Legenden oder im Englischen sagt man dann Dreaming das ist ganz essentiell für alle Aborigine Kulturen das ist so dass dann die Landschaft halt begriffen wird als ein Ort in dem Geschichten sichtbar sind und dann gibt es entsprechende Mythen dazu also meinetwegen der Kangaroo Geist ist hier entlang gehoppt und da hat er sich hingesetzt und man sieht heute noch da ist ein Wasserloch oder weiß sowas oder in Felsen hatten die Form eines Tieres und das weist hin auf eine Geschichte die damit verknüpft ist und ich sage bewusst nicht eine Geschichte die dort passiert ist sondern es ist eine zeitlose Verknüpfung also man muss sich das vorstellen dass halt das ist der Fehler der auch häufig passiert in der Wiedergabe dieser spirituellen Konzepte dass das verlagert wird in so eben eine andere Zeit in eine Traumzeit beispielsweise die eben nicht unsere heutige Realität ist in der Auffassung der Walpree und anderer Aborigine Nationen ist das allerdings so eng miteinander verwoben dass diese Geschichten heute einfach präsent sind und quasi die ganze Zeit im Hintergrund passieren also das ist nicht zeitlich getrennt sondern eine zeitlose andere Dimension quasi der Realität die wir heute erfahren und wenn wir zum Beispiel dann gucken in Alice Springs gibt es sehr viel Kriminalität und es wird viel gekämpft oder so ein Aranda Aborigine da vor Ort der würde sagen ja ist ja klar das ist ja hier auch das Dog Dreaming weil hier haben die beiden Hunde gekämpft und deswegen ist der Ort halt einer der aufgeladen ist mit dieser Energie und dadurch ist es so dass sich das heute auch noch zeigt in den Konflikten also das Jokopa verknüpft quasi alles und spielt überall hinein und gleichzeitig hast du eben auch so quasi wie kodiert dann so Wissen oder Regeln oder auch Gesetze die die Gesellschaft strukturieren die sind daran enthalten also wenn wir jetzt beide sagen wir wir stehen in einem bestimmten verwandtschaftlichen Verhältnis über unseren Sippennamen also das ist nochmal so ein Extrakonzept dass jeder dann irgendwie so einen Sippennamen hat dann heißt das wir gehören zu einem bestimmten zu einem bestimmten Jokopa und das wiederum gehört zu einem bestimmten Landstrich und darüber also im Endeffekt sind diese Geschichten letztlich auch dafür verantwortlich wie wir beide uns dann in Beziehung setzen also alles was du irgendwie hast wird irgendwie verweist irgendwie darauf zurück auf das Land so und ja wir haben so dann denken ach ja Land ach so das ist dann so da ist dann so 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 wachsen dann Pflanzen und dann in der Berge und dann ist dann Himmel und so das ist dann das Land irgendwie für Aborigines bedeutet das Land wesentlich mehr also zum Beispiel dieser Tisch wenn der aus Holz ist der ist letztlich auch aus dem Land herausgeholt worden und das führt alles zurück auf das also die materielle Ebene quasi die Existenz und stell dir vor du lebst in einer Kultur die nomadisch ist und wo du halt mit aller einfachsten Mitteln und ich spreche jetzt wirklich also von also die haben nicht mal Fälle gehabt oder irgend sowas die haben bei Minusgraden nackt auf dem Erdboden geschlafen das muss man sich mal reinziehen also ganz einfache Mittel und dann ist natürlich das Land das Wichtigste was du hast oder das was hat einen unglaublichen hohen Stellen und ist unmittelbar auch an dir dran ist letztlich auch in dem Fall hängst mit deinem Überleben davon ab wie hast du den Zugang zu diesen Themen und diesen Menschen gefunden vom ersten Eindruck her sieht es jetzt mir nicht aus wie ein Aborigine wie hast du es geschafft da zu den Leuten diesen Zugang zu finden dass sie dir diese Geschichten auch erzählen und vielleicht auch mit letztlich auch vielleicht Familieninformationen und auch mit ihrem Kulturgut dass sie dir dann irgendwie vermittelt haben dass sie dir das beibringen gab es da irgendwie einen Trick oder war das gar nicht nötig weil das super offene Leute sind erzähl mal wie bist du da rangekommen an die ganzen Infos also zunächst mal kann da jeder hinfahren da auch im Kunstzentrum beispielsweise ehrenamtlich arbeiten aber du brauchst vor allen Dingen Zeit und du musst die Leute kennenlernen und etwas was bei mir geholfen hat war dass ich da vor Ort gemalt habe und dann Leute ankamen und sagten oh du bist ja hier anscheinend ein großer Künstler du könntest ja sogar mal ein Football-Team-Logo an meiner Hauswand malen für umsonst und da habe ich gesagt so ja das mache ich und das war dann etwas was sehr hoch im Kurs steht und das führt dann dazu dass ich immer mehr Freundschaften auch geknüpft habe das war jetzt nicht so dass das das einzige war sondern ich war ja über den Zeitraum von 10 Jahren immer wieder dort und das ist wirklich entscheidend weil die Leute lernen dich kennen die wissen das ist dieser komische deutsche Künstler der kommt immer wieder und die schließen also wenn die dich erstmal in dein Herz geschlossen haben so dann kommst du auch nicht so schnell wieder raus und die sind sehr offen aber auch zurückhaltend also die ja die freuen sich dann auch wenn jemand ankommt und fragt ja wie ist denn das jetzt hier mit Joko aber kannst du mir das nochmal erzählen und so also ich habe da unglaublich viele Gespräche geführt nicht nur mit Walprey auch mit befreundeten Anthropologen und so also ich habe ja unglaublich viele Leute da kennengelernt und Zentralaustralien ist auch wenn man länger da ist hat man das Gefühl eigentlich es war riesig von der Ausdehnung her aber von der Population her dann doch irgendwie relativ klein du warst da gerade auch das ist am Beginn der Geschichte relativ deutlich ja in so einem Kunstzentrum oder wie man das nennen möchte untergebracht und bist da angekommen erzähl doch mal was ist das für eine Organisation für ein Haus in dem du da warst naja es ist ein Zentrum was gegründet wurde um die Dortmalerei der Walprey zu ja zu vermarkten muss man wohl tatsächlich sagen ja es gab Ende der 70er die Bewegung die sogenannte Desert Art Movement die bedeutet hat dass Walprey oder als auch andere Nationen angefangen haben ihre Malerei tatsächlich auch an Galerien zu verkaufen Ausstellungen zu machen und in Yundemu wurde dann 1985 halt dieses Kunstzentrum gegründet und das ist eine Aboriginal Corporation also ein bestimmter wie würde man sagen eine Körperschaft und sämtliche Gewinne die dieses Unternehmen erwirtschaftet gehören auch der Gemeinde und als Walprey könnte ich dort jederzeit hingehen und sagen ich möchte gerne für euch arbeiten ich möchte hier Bilder malen und dann würde man mir Leinwand und Farben geben und dann bekäme ich dann sogar auch schon einen Vorschuss und das ist attraktiv weil die Jobler also weil es nicht viele Jobs dort gibt und weil es eben auch bedeutet dass ich etwas machen kann was sich weiter auch auf meine Kultur bezieht und damit bestätigt also die haben 600 Künstler ungefähr so um einen Untervertrag produzieren pro Jahr 10.000 Gemälde das ist der Stand von 2022 dieses Jahr sind es wahrscheinlich noch wieder ein paar Und da sind nicht alles nur Comic-Künstler dabei gewesen also wir hatten ja auch ein Buch sehen wir das tatsächlich ja ganz gut da wird ja alles produziert was man an Kunst sich so vorstellen kann wirklich alles und warst du der einzige Comic-Künstler oder hast du auch andere Comic-KünstlerInnen vor Ort kennengelernt? Nö als Comic-Künstler bin ich da relativ allein auf weiter Flur also es gibt so wenn du jetzt irgendwie mal schaust ich war ja auch mit meinem ersten Buch dann auf Festivals in Australien und hab da ein paar Leute kennengelernt aber das ist nicht sehr dicht besiedelt gerade mit Leuten die sich dann mit Aboriginal Australia oder dem Outback befassen kurz zwischengefragt gibt es eigentlich eine australische Comic-Szene? Ja es gibt die und die ist im Verhältnis zur Deutschen dann doch irgendwie noch erfrischend wie soll man sagen erfrischend wenig etabliert oder institutionalisiert hier in Deutschland ist es ja so ich meine also wenn man sich mal anguckt wer hier allein schon auf der Buchmesse ist wie viele Verlage es gibt oder sowas und in Australien hast du eher so diesen Effekt so ja treffen sich zwei Comic-Zeichner in der Wüste und das heißt nicht dass es da nichts gibt aber es ist eben auch also zum Beispiel auch ein regerer Austausch zwischen Comic-Forschung und Comic-Zeichnern also es ist nicht so der Riesenmarkt und das führt dazu dass ja das ist dass es lockerer ist man kennt sich und arbeitet zusammen ja und ein weiterer Effekt mag natürlich sein dass wenn du als Ausländer irgendwo eingeladen bist dann hast du immer einen Sonderstatus also das heißt zu mir waren die Leute nochmal doppelt freundlich so aber selbst ich glaube selbst so kann ich es mit Sicherheit sagen dass es sehr viel herzlicher und offener ist die Australier sind ja sowieso so ein bisschen mehr so ne gehen nach außen und also da kommt man eher mal ins Gespräch oder ist ganz locker und so ne ja und als Autor werde ich da halt irgendwie dann auf Literaturfestivals eingeladen das ist dann auch nochmal eine besondere Situation also bis heute wahrscheinlich wie bis heute bis heute kommst du auf solchen Festivals eingeladen nein achso also es gibt diese Comic spezifischen Veranstaltungen weniger und deswegen wirst du als Comicautor dann läufst du mit über die Literatursteiger mit echten Büchern und kannst dann mit richtigen Autoren dann plötzlich in diesen Greenrooms abhängen und dann über ihre Bücher ausquatschen ist ganz interessant mal eine andere Welt als immer nur mit den gleichen Comic-Nerds hier in Deutschland oder anderswo in der Welt so das hat halt der Nachhalt das heißt eine kleinere Comicszene führt auch dazu dass irgendwie Dinge anders laufen und du auch selber anders wahrgenommen wirst oh tatsächlich ein Comic für Erwachsene das ist ja interessant ne so okay es ist also auch in Australien ein Thema dass Comics tendenziell für Kinder eher wahrgenommen werden und nicht nur absolut natürlich okay vielleicht nochmal zum Entstehungsprozess wenn ich es richtig verstanden habe ist das hier quasi ein wichtiger auch Ausschnitt einer Reise gewesen die ja aber auch schon auch im Ergebnis ein anderes Buch zufolge hatte dein erstes Werk was beim Bawand Verlag glaube ich auch erschienen ist erzähl doch mal kurz wie war das denn wie stehen diese beiden Bücher im Verhältnis wann ist was erschienen und vor allem wie lange hast du daran gearbeitet ja der Unterschied ist ziemlich radikal also wenn du die beiden Bücher nebeneinander hältst dann würde ich sagen sieht man dass sie Geschwister sind aber wie das bei Geschwistern so ist wenn du genauer hinguckst dann stellst du vielleicht fest dass die doch ganz schön unterschiedlich sind und du hast nach der Produktionsdauer gefragt und die ist sehr unterschiedlich also beim der salzige Fluss ist sehr schnell entstanden 15 Monate nach der Reise war das Ding quasi fertig und unter rotem Staub es war eine unglaublich viel größere Recherche auf und auch die Herausforderung das was ich da herausgefunden habe an Fakten an Hintergründen in eine Form zu bringen die nicht nur gut lesbar ist sondern auch narrative und dokumentarische Elemente vereint und das Ganze mit einem guten Fluss das ist total aufwendig mal abgesehen davon dass ich ja dann auch immer wieder dann dort vor Ort war und das da gehen dann einfach zwei Jahre natürlich oder zwei Monate des Jahres gehen dann drauf dafür in der Wüstensiedlung zu recherchieren irgendwie so und ich habe mich während der Produktion häufig gefragt so warum wird dieses Buch denn nicht fertig und ich habe irgendwie irgendwie schon verstanden warum habe ich das Gefühl aber irgendwie war es mich auch ein bisschen überrascht okay und wie bist du dann beim Erwandverlag gelandet wie kam da die Verbindung zustande ja dem da habe ich mich mal als bei meinem ersten Buch habe ich habe ich einfach da ihnen mal das vorgestellt und habe da sehr bald eine Zusage von denen bekommen super jetzt bist du hier auch wieder auf der Leipziger Buchmesse und ihr habt auch Signilstunden schätze ich soweit ich es gesehen habe wie reagiert das Publikum die kennen ja vielleicht so schon dein erstes Werk wirst du da viel darauf angesprochen oder wie läuft das mit dem Publikum bei der Leipziger Buchmesse naja ich habe jetzt gleich erst noch eine Vorstellung des Buches da werde ich sicherlich danach dazu mehr sagen ja okay meine also mein Eindruck ist es ist ja dann tatsächlich gehören diese beiden Bücher irgendwie zusammen und tragen dann beide dazu bei dass ich irgendwie wahrgenommen werde als irgendwie so ein weltenbummelnder Outback Wanderer und für mich ist noch ein bisschen unklar inwieweit es mir gelingen wird dieses Aborigine Thema tatsächlich auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und das ist mir nämlich sehr wichtig ja das ich habe also die Leute nehmen es wahr als ein gut recherchiertes Werk sind interessiert und das ist mir sehr wichtig also das ist und ja also ich ich stoße auf Interesse und ja habe schon etliche interessante Gespräche gehabt und mir war auch ein wichtiges Anliegen jetzt nicht nur einfach nur so eine Art Beschwerde halt über die Zustände in Australien zu verfassen sondern auch ein bisschen neugierig zu machen auch ein bisschen die Komplexität spürbar zu machen die positiven Seiten zu zeigen und von dem was ich gern Feedback bekomme ist mir das gelungen und das freut mich sehr sehr gut Australien würdest du sagen das ist auf jeden Fall auch so ein das habe ich mit meiner Anmoderation letztlich auch gemeint ist das so ein Ort wo viele Menschen auch irgendwie so eine Art Sehnsucht mit verbinden eine Flucht vielleicht und eben auch ein Stück weit sich selbst suchen würdest du das sagen so wenn aus diesem es gibt ja ganz viele von diesen man hört das so gerade junge Leute nach dem Abi oder was auch immer Work and Travel ab nach Australien ist das der richtige Ort dafür um sich selbst zu finden naja am besten liest du mal dann den salzigen Fluss weil da berichte ich darüber das war so eine Selbstfindungsreise Wanderung durch die Wüste ja also deswegen nehme ich die Antwort jetzt nicht vorweg aber was ja noch was mich tatsächlich jetzt im Rahmen der Veröffentlichung von unterrotem Staub sehr beschäftigt ist unser Bild von Aborigine Kulturen und wenn du da mal in eine Buchhandlung gehst und schaust was es da so gibt an Literatur was sich damit befasst das ist eben Sehnsuchtsliteratur für Leute die gerne so die diese Spiritualität erleben möchten oder verstehen möchten die so ein Bild haben davon dass da Menschen sind die noch ganz unverdorben zauberhaft in Einklang mit der Natur so leben oder zumindest diesen Zugang haben und das ist eben selten Literatur beziehungsweise ich muss sagen ich hab da noch nichts gefunden was dir wirklich mal zeigt wie sind die eigentlich drauf wie ist deren Lebensrealität und Auffassung weil die kulturellen Unterschiede sind so groß dass es dich häufig eher befremden wird eine Anthropologenfreundin die acht Jahre in Yundemu gearbeitet hat hat zu mir gesagt je mehr du über die Kultur der Walpree erfährst desto weniger hast du das Gefühl etwas zu verstehen vielleicht auch ein schönes Fazit auch für unser Gespräch heute lieber Jan vielen vielen Dank für die Zeit du dir genommen hast mit uns mit mir ein bisschen auch über dein aktuelles Werk und über dich zu reden und ich glaube auch dass du da ein gutes Ziel hast und ich kann mir auch gut vorstellen dass dein aktuelles Werk ereignet ist durchaus ein Stück weit aufzuklären auch das zumindest comic interessierte Publikum und bin noch sehr gespannt vielleicht schaffe ich sogar noch mir gleich dann dein Lesung oder Interview oder was das ist da ich vermute mal Schwarze Sofa heißt das hier glaube ich mir das dann anzugucken vielen Dank Jan ich danke dir Andi Ciao Das letzte Gespräch des heutigen Tages das widmet sich einer Dame die hat ein Manga rausgebracht bei Carlsen Manga glaubst du nichts trotzdem so ich habe schon weite Teile davon gelesen und es geht um Tiere vielleicht ist sie sehr tier lieb aber zumindest hat sie einen guten Humor und was genau da sonst noch bei dir los ist das kriegen wir jetzt raus Hallo ich bin der Andi und wer bist du? Hallo ich bin Olchi ich bin Manga Zechnerin und ich habe eben gerade Bad Dog und Good Boy bei Carlsen Manga rausgebracht ist so so in der also eigentlich mein Debütwerk ich habe zwar davor schon Manga gezeichnet aber das ist so das erste große ja genau Erzähl mal wie bist du denn so in diese Manga und generell in die Artist-China reingerutscht seit wann bist du Teil der Comics-Szene? Huh das ist eine gute Frage also tatsächlich habe ich schon als Kind auch Comics gezeichnet im Manga-Stil dann ein bisschen später und Teil der Community so wirklich bin ich seit ungefähr vielleicht 2016 da bin ich regelmäßig auf Messen unterwegs in der Artist-Allee habe ich oft ausgestellt und ja fühle mich da einfach rein und ja Und auch schon eigene Bücher dann im Self-Publishing oder auch schon im Webverlag? Genau also ich habe vor den Messen habe ich noch auf AnimX damals eine längere Geschichte veröffentlicht also auch ein paar Kurzgeschichten an Wettbewerben teilgenommen und dann habe ich ungefähr 2018 meinen eigenen Manga In Other Me rausgebracht Band 1 dann kam Band 2 so ungefähr zwei Jahre später genau und dann das nächste war dann Bad Dog und Good Boy bevor ich In Other Me sozusagen beenden könnte aber das ist sowieso ein ganz anderes Projekt und es war einfach Zeit mal bei einem Verlag zu sein Jetzt ist dein aktuelles bei Karls Manga erscheinendes Werk tendenziell für eine junge Zielgruppe Waren deine älteren Sachen auch schon für junge Menschen? Also Another Me ist schon eher so ab 13 15 Jahren es ist einfach ein bisschen also deutlich komplexer ich glaube da kann sich vielleicht das jüngere Publikum nicht so sehr dafür begeistern auch so Science Fiction und Fantasy genau deswegen ist Bad Dog und Good Boy eigentlich so das erste Werk was wirklich an Kinder gerichtet ist aber all die anderen Sachen die ich da vorgezeichnet habe das war überwiegend Comedy das konnte glaube ich auch jede Altersgruppe lesen genau Wie sieht es denn aus? Gibt es eigentlich irgendwelche besonderen ich sag mal Herausforderungen wenn man für Kinder schreibt? Ich kann mir vorstellen dass es eine ganz andere Herangehensweise ist als wenn du dich an ein jugendliches oder gar erwachsendes Publikum richtest? Ja ich musste natürlich schauen dass ich halt nicht zu brutal werde sowieso ich musste halt natürlich gucken wie gestalte ich die Kampfszene sollte spannend sein aber eben auch nicht also halt ja nicht blutig genau nicht blutig irgendwie trotzdem auch teilweise lustig eben da musste ich schon diese Grenzen ziehen weil ich es nie so mit einem so jungen Publikum jemals im Hinterkopf jemals gezeichnet habe musste ich mich selber zügeln aber ich dachte auch okay ich probiere jetzt mal vielleicht das und das und wenn es nicht passt meine Redakteure werden schon was sagen die helfen aus wer waren deine Redakteure bei Karsen? Philipp war Hauptredakteur und dann hat auch Nina viel gemacht genau ihr habt dann zusammengearbeitet du hast denen dann regelmäßig die aktuelle Version vorgelegt wie sah das denn so aus? das erzählt mich immer total wie so diese Feedbackschleifen mit dem Verlag aussehen erzähl mal so ein bisschen zum Entstehungsprozess ja also das war am Anfang habe ich ja sowieso erstmal die Idee Bewerbung geschickt und dann ging es eben erstmal darum dass sie halt die Idee gut fanden und so und dann ging es eigentlich so ans Eingemachte ich habe ihnen halt erstmal so die Geschichte geschrieben so wie passt das euch so das war auch relativ grob mir wurde relativ viel Freiheit gelassen aber natürlich das Wichtigste waren dann halt auch die Storyboards das sind halt so die grob vorgezeichneten Manga-Seiten die geplant sind weil da konnten sie noch am meisten in die Geschichte eingreifen sollte da was nicht passen aber auch da waren sie meistens gut schön und dann genau das war einfach immer sehr super sie haben mir da also wie gesagt viel Freiheit gelassen und das meiste wo sie dann eingreifen mussten war dann tatsächlich wenn ich für jedes Kapitel die fertigen Seiten geschickt habe da passen die Proportionen nicht oder das weil man verliert einfach so das Auge dafür wenn man alleine an etwas immer zeichnet und zeichnet und es ist so hilfreich Redakteure zu haben die dann einfach alles mit einfach mit einer sehr viel neutraleren Perspektive betrachten und dann können sie einem sagen okay das warum ist die Tür so groß oder warum ist das Auto so klein und dann nicht so ja warum und das fällt einem dann erst auf tatsächlich genau also ja und dann ja lief das Ganze eigentlich immer so Schritt für Schritt Kapitel für Kapitel ja im Zentrum deines Comics stehen die beiden Namen mit titelgebenden Hunde Bad Dog und Good Boy und sagen wir mal es kann auch sein dass es vielleicht gewisse Referenzen gab und Anspielerungen auf wen die basieren erzähl doch mal wovon handelt dein Manga ja also Bad Dog ist ein böser Hund wie der Name schon sagt er mag halt Menschen nicht und er möchte halt auch eigentlich ein Bösewicht für sie sein er möchte ihnen ein Böses und er plant auch immer ganz diabolische Sachen leider ist er immer ein kleiner Pechvogel und wie gehen da und Dinge schief und statt halt irgendwie was Böses anzurichten rettet er den Tag aber dann ist auch immer dieser Good Boy plötzlich da jedes Mal wenn es irgendwas in der Stadt passiert erscheint Good Boy und er sagt ja ja was machst du hier und möchte eigentlich auch mit Bad Dog zusammenarbeiten er denkt halt Bad Dog hat nichts Böses vor Good Boy liebt die Menschen aber dadurch dass Dinge schief gehen haut halt Bad Dog ab Good Boy bleibt da und ist halt so ja kann ich helfen und dann denken alle Good Boy hat den Tag gerettet ja und das passt Bad Dog natürlich nicht und deswegen wird Good Boy zu seinem ja Gegner und darum geht es grob in der Geschichte da passiert noch sehr viel mehr genau aber den Rest möchte ich auch nicht verraten der Rest soll eine Überraschung sein man sieht es schon am Cover es gibt natürlich starke Parallelen auch zu Batman und Superman bist du Superhelden-Fan also ich glaube ich glaube ich habe wie viele andere auch eine Zeit lang viel Marvel und DC geguckt die ganzen Filme Comics habe ich tatsächlich weniger gelesen und irgendwie ja also ich glaube jetzt mittlerweile finde ich eher die Konzepte von Superhelden interessant so was es bedeutet Superkräfte zu haben und so weiter das finde ich sehr viel spannender als die Charaktere selbst irgendwie mittlerweile genau und wie sieht es aus gibt es immer noch Sidekick Sidekick ja es gibt da eine Menschenmädchen was dann halt auch gleich im ersten Kapitel auftaucht und ja sie spielt auch eine wichtige Rolle sie ist sozusagen der dritte wichtige Charakter genau sie ist ja mit Goodboy befreundet ja weil er mag Menschen und sie sind befreundet und dann ja begegnen sie auch Bad Dog soweit ich die Geschichte gelesen habe war sie auf jeden Fall ein funny Ding also kurzweilig unterhaltsam und ich glaube das wäre auch was was ich wirklich ruhigen Gewissens einfach auch meinen Kids zum Beispiel geben könnte und jetzt ist es so ein bisschen hier sind auf der Leipziger Buchmesse ich weiß gar nicht ist das hier auch eine Veranstaltung wo auch mal Kinder herkommen und dann deine Mangas sich anschauen und geben falls ich von dir sogar eine Signatur holen oh ja also es waren heute auch die letzten Tage viele Kinder unterwegs und sie werden tatsächlich auch darauf aufmerksam also da muss ich auch vielen Dank sagen an Carlson Mangal sie haben so ein riesiges Bild von Bad Dog und Goodboy aufgehängt das hat man einfach gesehen und genau deswegen wurden dadurch Leute darauf aufmerksam und wollten halt auch gleich wissen worum geht es da genau und ich habe heute auch so zwei Workshops gegeben zu dem wie man Superhunde zeichnet und auch da waren die Kinder interessiert und haben sich eine Signatur geholt und ja das war also ja es waren viele Kinder dabei aber natürlich auch Erwachsene also war sehr gemischt diese Workshops die waren jetzt Teil des Programms hier bei der Leipziger Buchmesse machst du das regelmäßig dass du unterrichtest und auch Zeichnen beibringst und wenn ja in welchem Rahmen ja also ich habe einen YouTube Channel der ist allerdings auf Englisch da mache ich oft Tutorials genau allgemein übers Zeichnen aber auch viel über allgemein Storytelling und tatsächlich demnächst die nächsten Wochen werde ich auch viel unterwegs sein hier und da diesen Workshop geben also wirklich deutschlandweit und erstmal so ein bisschen reinkommen in dieses ja wie ist es vor Ort Kinder zu ja Kindern was beizubringen also bisher hat es wirklich Spaß gemacht deswegen ich glaube ich könnte einen Gefallen dran finden ach cool ja spring mal da freue ich mich auf jeden Fall noch mehr von zu hören jetzt hast du gemeint du bringst den Kids bei Hunde zu zeichnen und ich kann mir vorstellen dass das auf jeden Fall nochmal eine ganz besondere Herausforderung ist auch Tiere irgendwie realistisch stattzustellen gerade das Thema Proportion zum Beispiel wir haben ja eher kleine Hunde gerade der Bad Dog ist ja gerade in den ersten Panels wird klar dass er sich glaube ich größer fühlt als er ist ja was ist denn die Herausforderung dabei Hunde zu zeichnen also natürlich muss man halt die Anatomie von Hunden lernen es sind ja auch jeder Raser hat ja auch so ein bisschen Unterschiede und all das grundlegend ist es ähnlich aber trotzdem muss man halt auf so gewisse Details achten am allerschwierigsten ist es tatsächlich die Mimik darzustellen weil natürlich Realist also Hunde wie sie im Leben sind haben ja genau es ist halt natürlich haben sie ein bisschen was aber halt nicht so viel und im Manga Stil wollte ich das schon sehr viel emotionaler darstellen da musste ich halt schauen wie kann ich das darstellen ohne dass es komisch aussieht dass es halt trotzdem irgendwie natürlich aussieht aber eben nicht zu steif und das war am Anfang tatsächlich echt nicht einfach genau gegen Ende des Mangas fiel es mir dann schon sehr viel leichter von der Hand hast du selbst Hunde? leider nicht gar keine Tiere dafür ist meine Wohnung zu klein aber eines Tages werde ich einen Zoo haben sobald ich irgendwie ja Platz dafür habe Platz ist einfach in der Frage das ist ein Punkt den kann ich absolut nachvollziehen glaube ich und vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss unseres Gesprächs nochmal die Frage zu deinem YouTube-Kanal vielleicht kannst du dir mal kurz vorstellen was für Inhalte gibt es da können wir da beim Arbeiten zuschauen und was erwartet uns dort? also in erster Linie geht es eigentlich so um visuelle Storytelling also es geht auch darum wie kann man seinen eigenen Manga schreiben wie kann man damit anfangen und vor allem wie kann man halt ja wie achtet man auf so Inhalte dass man halt bestimmte wie man Charaktere schreibt wie man den Spannungsbogen aufbaut ja wie man auch die Bösewichte zum Beispiel schreibt es geht halt um die Themen aber manchmal gibt es auch ganz einfache Tutorials zum Zeichnen selbst zum Beispiel wie stellt man Bewegung dar weil es gibt ja auch verschiedene Arten von Bewegung und es ist halt auch wichtig dass man visuell unterscheidet damit der Leser versteht worum es geht ja um all solche Themen geht es da genau und was war noch die Frage dazu was für Inhalte wir da verkriechen ah ja genau ja ja Mensch über euch das warst du noch schon vielen lieben Dank für die Zeit das nette Gespräch und ich wünsche noch weiterhin viel Erfolg mit Bad Dog und Good Boy gerade erschienen beim Karls Manga Verlag vielen lieben Dank dass ich hier sein durfte tschüss tschüss das erste Gespräch am leider letzten Tag hier bei der Leipziger Buchmesse widmet sich jemandem der ist echt schon ganz schön rumgekommen er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein europäischer Künstler und hat auch schon eine unzählig große Liste an Dingen veröffentlicht war auch schon im Hause Disney unterwegs hat eine Menge eigene Sachen veröffentlicht und jetzt freue ich mich was in der Hand zu haben was ich wirklich einem also eigentlich zeitlosen aber dann doch wieder sehr aktuellem Thema widmet wir werden das Gespräch auf Englisch führen und ich freue mich sehr dass wir heute über Eva sprechen werden Eva Klima in der Krise erscheint aktuell beim Panini Comics Verlag und ich glaube das wird wichtig hier Hi my name is Andy and who are you I'm Arild I'm from Norway my surname is Mittun meaning the Middletown and I normally do Disney comics so I do Donald Duck and Mickey Mouse and stuff like that and this comic book comic you know this isn't really it's your thing comics you know it means this visual medium that we're working on it doesn't mean it has to be funny you know it's not the funny papers you know so anyways but yes so the reason why I'm working in comics is that it's such a nice format you know literally speaking that you can control everything that you are doing and it's really just stone age technology you know it's pen on paper and even though in this Eva book I've done all the originals on paper black and white and then it's colored using photoshop and so I'm finalizing all the all the artwork and the pages themselves putting in the text and everything in photoshop on my so so that's the technical part of it but what is important is this mixture of picture and text and you can convey any kind of idea it's just like if you were to show me you know the way to the train station you would you would have a napkin and a pen and you would go explaining it to me you know this is what we have been doing for you know thousands thousands of years this is comics you know it's really show and tell you know I'm drawing this so you can understand what I'm trying to tell you yeah you're so experienced yesterday I got the chance to see some original pages of you somebody I know bought them some years ago it's a race Dagobert the young Dagobert is losing its gold and someone is stealing it and there's a race Dagobert following the sky and with so different views and angles and I'm just a reader and I'm so impressed by this work and it's very great and every time I get the chance to meet an experienced artist like you I'm always asking what changes in the medium itself maybe in the European market or your local market do you see what did you what are the things that really changed in the years you're doing comics is there anything you know any influences yesterday somebody told me it's getting more internationalized because the pop cultural influences are getting bigger and bigger what is your experience in this well yes it is it has been but it's even more now totally international so when I started doing comics I was working first for the Norwegian edition of the Mad magazine the American Mad magazine and I've been working on you know so many different titles I've even done Asterix it's sort of like a secret but I have for commercial use and but there's I've done so many different styles and the way that things are have changed the way that is working now thanks to internet is that you will see the work of any kind of artist from all over the world the different publisher will know exactly what's going on around the world and for my part doing Disney comics for most of the time talking about time I must add that working on ever has come on top of everything else so now it's it's well over six years since I've had one single day without working okay so it's holidays no holidays whatsoever and the reason why I can do this is that I know that I have readers within you know the Disney family around the world you know many many hundred thousands of readers and what has happened lately is that like I've done workshops in East Africa in Europe I've been to Spitzbergen you know up north by the North Pole four times during the last 20 years and I've seen the changes that is happening so when we are talking about climate change we're talking about you know a crisis this isn't a crisis a crisis is something that will end and then there's something afterwards these changes is already happening and it's not a crisis it's not something that will go away this is going to be increasingly worse so what happened during my four different stays over 20 years up you know close by the North Pole is that I've I did have I did have a Donald Duck Christmas story where Santa Claus is being blackmailed by a villain because he has this this machine that can melt ice okay so the front cover of that story is Donald Duck trying to save Santa Claus from drowning up you know where the ice of the North Pole is melting and the reason why I did that story was that when visiting Longyearbyen which is the city of Spitsbergen there there's a vault there's like a frozen safe where you have all the seeds from all over the world and I remember when this was opened you know some god knows 20 years ago 15 years ago and it took 10 years I mean this was made to be like that forever I mean thousands of years at least hundreds of years this had to be re isolated it has to be they had to put up 5 million euros the Norwegian government they had to insulate the whole thing because after 10 years the water was flooding into this crazy world and this is happening it's happening so much rapidly so much quicker up by the pole and I know this I'm from Norway once upon a time we used to go skiing you know once upon a time there was snow once upon a time it was cold the reason why it has been so cold probably you know no one knows for sure but when the scientists are saying that they are 99.9 sure that is pretty sure so one of the reasons that in my upbringing when I grew up on the western parts of Norway we have the gulf stream you know coming from south west coming into us over the north sea bringing humid warm winds and water right that's the reason why so many people can live so far up north in Norway you know when you know whenever we started settling just after the last ice age you know something 8000 years ago but now what is happening is that these winds are getting weaker and if you remember now this last winter in the northern parts of Europe has been very cold that's because this whole system which is it is held in place by jet streams which is winds going ever so fast up in the atmosphere keeping separate the different climate zones so because where we are living up north when I'm at Spitsbergen I can see it's raining I mean it's raining close by the north boat you have avalanches you have the buildings are built upon poles which are stuck down in the perma frost which should have been permanent right but it isn't it's melting so all these you know buildings are coming down you know there are hundreds there are thousands of stores like this on the whole world every day for example we had big floodings in Germany like I know there's so much stuff going up there is there still a chance for optimism or is it too late no 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 definitely so the the reason why I was just going to say that first most people me included have difficulties understanding climate because what we see and feel we feel the weather we don't feel the climate the climate so people will be thinking about you know oh it was a very cold winter okay therefore there is no climate change because we feel the weather the temperature on our body right and the reason why is that you know these westerly winds are being weakened because these climate zones are more changing meaning that the wind from the east from Siberia is coming down into Europe and just you know a month ago or something you had a difference of 60 degrees Celsius between some parts of Norway where you had minus 30 and we're talking about it's in the winter in Spain you had plus 30 you had draft you have these heat waves in the middle of the winter so these things are happening this is not the future anymore we are already well into those changes so what I hope and pray for this you know our small contribution with this climate comic book is that maybe the young people can have some hope so yes there's ever every reason to be optimistic because you remember the ozone layer you know we did fix it we stopped using those spraying boxes whatever it was so we can fix it and we've been through you know two years of a pandemic we fixed that through science you know with the vaccines and believing in the governments so if we can do the same with climate change we can fix this we have fixed things before so what I'm trying to say I've said it here at Leipzig book mess because we've done presentation of our comic book I'm trying to convey this picture of okay so say you are in a car an auto you are going in one direction you know where you're heading but there's a wasp coming into your car there's a crisis occurring okay and this crisis could be war in Europe it could be the you know the price of energy it can be oh this is a very cold winter you know no climate change all of these things that we as human beings are really trained to react to we are trained to react to something which is happening now not something that happened before or will happen in the future we are always so keen to react on something here and now okay so imagine you have a plan you know where you're going you're in the car and there's a wasp coming or a bee or whatever it's a chance to decide what you do you will not be able to decide okay I'm the one who is whenever like now I'm here in Leipzig wonderful I really love Leipzig I've been many times before it's a wonderful city anyway but in our hotel I was up in the third or fourth floor what I always do and I'm not afraid of any fires or anything but what I always do is hanging up my shirts checking into the hotel you know taking the elevator up hanging up my shirts walking down the fire escape every time I always do this I walk down the fire escape and then I take the elevator back up because you want to know where to leave because my body needs to know where the fire escape it my mind doesn't need to know because if there is an alarm you will not be able to think in a crisis you do not think so what is happening politically around the world when you have people voting dictators into power is because they are scared scared people are stupid people if you are scared you will not be able to think so I'm training my body to know where the fire escape is I'm training my mind to think beyond the crisis that I'm experiencing so if I'm driving a car and there's a wasp or a bee or a spider or something happening inside my car I will not lose track of the road and this is the important part that on the goal that we need to achieve me soon turning 60 you know I'll be soon dead but I do have kids and I will hope to have grandchildren that's my goal that the climate that they shall experience is a climate similar to what we have experienced and it's like President Obama said you know we are the first generation that knows precisely what this climate change is and we are the last generation that's able to do something about it let's hope it's not too late and part of this very noble agenda and all the things you want to achieve is your current comic book Eva released here in Germany right now please let's go into the book what is the book about what is the protagonist I think it's about an influencer completely different than other things I found on my research online so first of all let's tell me what is Eva all about right so I started out working with Bjorn Samset he's a scientist he's part of the UN climate board or the panel so he was the editor of some of the most important parts of the last reports published by the United Nations Bjorn and I had had all we know what we have known this for many years how bad things really are and you should be worried when scientists I was talking to Bjorn you know just before coming down here he has to try to get some kind of a positive view on his work or he as a scientist will lose faith I mean he really have all the figures he has all the facts and he is deeply deeply worried so what we wanted to do was that he wrote a book about 2070 you know by then I'll be long gone but young people reading that book will still be active they will still be doing their work they will still be influencing literally the world right in 2070 it isn't that far away so what we are trying to do in that book which is pure facts I've done illustrations about you know how this development has happened over you know the last god knows 100 150 years and and then we knew while working on that book we knew also that we wanted to reach out to younger audience so I came up with the idea with Eva being a young influencer she comes from the Nordic countries and she's going to Manhattan to have you know on the upper east side my wife and I got married there not too far from the UN building anyway so I know Manhattan and so Eva is going there to have this great breakthrough right and she meets two different gentlemen on the plane going over of course she's taking a plane you know she doesn't care about the climate or the environment or anything because being an influencer what she does is going around shopping around the world and putting it online you know she has thousands and millions of followers so she's meeting two persons on the plane so there's one academic you know with one eye missing so it seems you know and there's another one who is more like a businessman you know talking about Easter Island that if he had that last tree you know East Island you know people chopped down all the trees and they died you know because there weren't any trees there so he was laughing you know if he was sitting there on a pile of timber on the Easter Island you know he would make so much money and I know all about this being Norwegian you know we do have lots of money we do have lots of oil and gas it's no way I know this is part of why we are doing this anyway so this academic and this businessman and the stewardess the stewardess is handing over a green apple to Eva but Eva doesn't want it you know because it will mess up her makeup her makeup so she is finally coming to to New York the driver who takes her there is someone that we will meet in the next moment where she is being held up by demonstrators in front of the UN headquarter and in this things happening there someone is trying to steal her bag and this is very you know it's of course a very expensive bag and she knocks her head and then there's a total different story that is taking place okay and this story it goes from what would you say in Greek from kronos to mythos so you go from reality where we are to sort of like a fantasy world where fiction her yeah and she's being a Nordic young woman oh yeah okay she will experience you know for some of us interested in psychology like me I've read so much Carl Gustav Jung I've read more psychology than I have done comics so so you meet these archetypes right in the shape of what looks like more or less you know Nordic gods yeah but it's a prediction of the future yes because then she these three different okay call it Nordic gods whatever you know you have Wotan in German right that's Odin yeah he is he's got only one eye yeah because he had to give away his eye to get wisdom and then there's the the god of thunder you know Thor or Tyr the the god of war it's you know more or less the same and then you have the god of love the goddess of love called Freja so these three entities Embla as she's called in Norwegian Eva is experiencing that they are in a crisis where the Jotnar and Jotnar means someone as someone who can't stop eating that is what it really means so their world is being consumed by these monsters and they are trying to protect the only thing that's left of their tree of life and this this tree of life is an apple tree there's one green apple left and they have to decide if human beings are possible to trust could they give this apple to the human beings that's why she's called Eva I don't know it's a German translation in the weekend it is in the nordic folklore or the nordic myths the first two persons were ask and embla so in Norwegian and the nordic countries where it's already published she's called embla okay so ask and embla adam and eve so anyway so it's it's not the sort of like the christian scenario this is this is archetype it has nothing to do with greek or nordic for that matter or the christian it's let let me put it like this okay so within 24 hours and at any given day you are making in the region of 30,000 micro choices okay okay so you're deciding to do this in part of you know putting on this sock instead of that sock you go to the shop and you leave the shop and you don't know okay i bought this oh i bought another piece of something that is sweet or salty those decisions your brain isn't really wired for those kind of decisions and when you think about yourself the future people you know media we think in ways which looks very much like the myths we have good guys we had bad guys we have this kind of scenario and this kind of scenario many of us i think all of us are really thinking like we are in some kind of a fantasy world where we don't really react to facts we react to feelings because those feelings are corresponding with our feelings and we are making all our decisions not by our intellect but by our feelings yeah so this is the world of psychology this is the world of myths this is the world of gods you know bad guys and good guys this is where erva is experiencing the big choices in her life because is she is the human beings is the human race to be trusted could we today be entrusted you know that one apple which is the seeds of the tree of life you know very interesting i see you should do a big reading presentation trip in germany representing everything you know i would love so interesting i would love um last question for today let's talk about the artwork itself because it looks completely different than the other things i found from you tell me what was your idea of doing erva what special artworks because it's an audio podcast we can see it right now you have to google it yourself guys yes please ever um what did you think about doing the artwork what were your ideas okay my my idea was that this is really a black and white story meaning that um the storyboards are made very clear you know it's black and white drawing but the colors are doing their own job you know because there there's a color schema you might say in german scheme yeah that you have the reality level of the story which is sort of kept in grays and yellows and then you have this fantasy part which is kept in reds and because the whole world is on fire you know and then it's very important that you have well it's red and black kind of and then you have three different scenarios which is really the foundation of the whole book remember björn samset and i did this to convey facts not to convey a fiction the fiction is just there to make sure that you feel something you know it's like if you've seen an action movie you've gone seen you know james bond or something and you go out and you and you are behind the steering wheel of your own car you feel like james bond you know you will be driving like james bond something has happened in your brain and in your feelings when you watch that movie meaning that okay now i'm james bond and you will drive differently like me listening to and we are in leipzig i'm always listening to johann sebastian bach he is the greatest composer composer ever when i'm right i'm when i'm driving a car or sitting you know in a train of course i'm driving an electric car i must say but i always have a johann sebastian bach on either my air plugs or in my car because it's really a cathedral it means that i i get the air by bach the air to breathe and i get this cathedral feeling that i can think i can think clearly while i'm driving or traveling so this is what i always do i i was working when i'm doing my travels so the point is your feelings will be influenced by the stories that you read or you see in a movie or wherever so the middle part is all about these feelings and this is the fast fantasy part which is sort of like red and it's on fire it's red and black yeah and then eva is given three different futures and these are based upon the five different scenarios what if scenarios yes scenarios you know explaining how the future will be these are the scenarios that the un the climate board panel of united nation they develop these five um scenarios saying that okay we do get an increase you know so if 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 the temperature rises within our century by one one and a half degree or two degrees or four degrees rise within our century you will have completely different scenarios right so in our book eva björn and i has really just set up these three futures that is up to eva to decide okay so you have the blue which is votan jupiter you know zevs that's science that's intellectual that's economy right us living in europe we will never really experience the climate change because we can buy ourselves out of it that's the blue future okay meaning that people will be dying around the world the only thing that we have to have the handle are refugees and of course we will just close our borders so we don't have to think about refugees we will use technology and money to make sure that we are safe while the rest of the world is either burning or drowning that's that's the blue future right okay and there are other futures and other colors yeah so it's and that that will be like okay so say you have something in the region of two maybe three degrees increase right and then you have the red future that 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 is the the god of war that then that is you know okay that that's the red future and that we are talking about maybe four degrees increase right and that means war that means that the whole world is burning and what we will do is try to make sure that us here in the western part of europe will survive while the rest of the world is going up in flames and finally the green solution the green future is what the goddess of love is telling about it has to do about cooperation it has to do about finding the right solutions you know if everybody wants to survive this the way that is the only way that we will survive you know so imagine yourself you know that earth is really just a space ship you know it's a rocket we own it we own this rocket ship together we are all in the same boat you know either we drown together or we can save each other okay together that's the green future that's it erald wow this is so interesting so much stuff and i'm pretty sure the audience will appreciate your work and all the ideas and the agenda and i just hope for a better future like everybody does for us especially for our children thank you very 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 much for your time and the interview here in on the Leipziger Buchmesse Leipziger Fair i wish you the best for the signature time that's coming right now and see you soon dankeschön bye eines unserer letzten Gespräche hier auf der Leipziger Buchmesse widmet sich einer Comic-Umsetzung ist es das überhaupt von grundsätzlich literarischen Werken ich freue mich total auf das Gespräch weil ich glaube dass wir uns ja auch ein bisschen so über das Handwerkliche auch mal unterhalten können und im gleichen Sinne auch das ja wirklich was ganz besonderes ist auch gerade weil die beiden schon auch in einem anderen Werk zusammengearbeitet haben aktuell erscheint von den beiden nämlich Heinrich Heine eine Lebensfahrt beim Splitter Verlag und ich freue mich dass sie da sind Hallo ich bin der Andi und wer seid ihr? Ich bin die Gabi und ich der Peter Hallo Andi Hi ihr macht Comics oder? Ja wir versuchen es wenigstens und aktuell erscheint was beim Splitter Verlag auch ein Verlag den ich jetzt mit ganz vielen tollen Sachen in Verbindung bringe ihr habt ja auch vor nicht allzu langer Zeit eine Umsetzung gemacht von im Westen nichts Neues ist das richtig? Ja das war schon 2014 und Hintergrund ist der wir kommen beide aus der Nähe von Osnabrück Remark ist ja in Osnabrück geboren worden und so lag es irgendwann mal auf der Hand was zu Remark zu machen und da ist natürlich das Werk von ihm im Westen nichts Neues Vielleicht wäre es so nett euch erst selbst noch mal ein bisschen vorzustellen für das Publikum das euch noch nicht kennen sollte gibt es vielleicht eine Art Comic Historie wie seid ihr zum Comic gekommen und was macht ihr vielleicht sonst noch? Also meine Comic Historie beginnt sozusagen mit im Westen nichts Neues Danach kamen noch mehrere andere Bücher also unter anderem Möser das ist eine lokal historische Persönlichkeit aus Osnabrück dann haben wir ein Buch mit dem in Zusammenarbeit mit dem Zoo Münster gemacht da geht es um die Lebensräume und die Vernichtung der Lebensräume für die Tiere und welche Rolle der Zoo spielt für die Arterhaltung und unser letztes Werk jetzt ich habe noch eins vergessen dann waren wir noch Liebe deinen Nächsten heißt das was ich vergessen hatte und da geht es um die Mitfahrt auf der MS Aquarius das ist von der Organisation Mediterranee und da ging es um die Rettung von Flüchtenden die also übers Mittelmeer nach Deutschland oder nach Europa natürlich erstmal wollen sind die auch immer bei einem Verlag erschienen oder war das unabhängig von das Buch ist auch bei Splitter erschienen das war 2016 da waren wir wie gesagt was Gabi sagte drei Wochen an Bord und haben Rettungsaktionen mitgemacht und im Grunde ist es eine Art Comic Reportage die daraus entstanden ist das ist interessant weil das jetzt zumindest schon die zweite sage ich mal besondere Art und Weise davon ist wie man mit Comics umgehen kann wir werden uns ja gleich noch mal im Detail unterhalten auch was hier auch die Besonderheiten beim Heinewerk sind aber auch das sind diese Comic Reportage das war zuletzt auch in Erlangen zum Beispiel im internationalen Comic Salon Erlangen auch ein großes Thema weil das natürlich eine ganz tolle Möglichkeit ist letztlich wenn man so will fachliche Inhalte irgendwie auch in Comic Form einem vielleicht anderen Publikum zu vermitteln als man das sonst so tut würdet ihr diesen Eindruck teilen? Genau das war die Absicht Ja es war im Grunde die Absicht auch in Rücksprache mit der Organisation dass man über diese zwei Minuten Tagesschauberichte wo es um Geflüchtete geht hinaus etwas machen wollte um etwas tiefer in die Materie einzudringen aber auch eben auch ein anderes Publikum als ich sag mal die Normalbuchleser zu erreichen Und wart ihr schon immer so auch Comic Gelesende vielleicht auch in jüngeren Jahren dass ihr auch privat schon einfach Comics gelesen habt? Ja dann mache ich mal weiter also bei mir ging es schon in Jugendjahren los so die Klassiker Franco-Belgisch also oder angefangen von Bessie und Asterix Temonstropie dann ja man erweitert dann so seinen Horizont kommt dann irgendwann mal in diesen Bereich Graphic Novel rein aber es hat dann schon eine Weile gedauert dann wirklich da das anzupacken und es selbst mal umzusetzen und wie gesagt dann war unser Startpunkt im Westen nichts Neues Interessant Wie war das bei dir? Ja ich habe natürlich auch als Kind Comics gelesen bei mir war es damals dann Donald Duck also Mickey Mouse mochte ich nicht wo ich den natürlich auch gelesen habe dann auch die Franco-Belgischen dann Gaston fand ich besonders gut und dann kam natürlich auch Asterix und ja später natürlich dann Graphic Novels die mich dann auch sehr interessiert haben und da ist ja ein ganz großes weites Feld was man machen kann mit Graphic Novels Absolut da ist auch so viel Tolles erschienen fangen wir doch mal an vielleicht auch wirklich direkt mit dem Heine weil das der aktuelle ist wie kam es denn da zur Zusammenarbeit wie kam es zu dem Werk selber warum eigentlich gerade jetzt in dem Jahr Heinrich Heine? Ja da spannt sich wieder der Bogen hin zum Westen nichts Neues denn wir hatten 2019 18, 19 eine Ausstellung im Heine-Institut in Düsseldorf Heine ist in Düsseldorf geboren und der Kurator seiner Zeit der jetzt stellvertretende Direktor des Museums ist hat uns dann gefragt auch ganz verwundert es gibt eigentlich noch nichts über Heine in diesem Bereich Graphic Novel traut ihr euch daran und Heine ist natürlich wirklich Weltliteratur einer unserer größten deutschen Dichter Schriftsteller Lyriker Fötonist und so weiter dann haben wir aber ja gesagt und dann ging es erstmal in die Recherche und da ist Gabi maßgeblich auch für zuständig ihr seid als Team angesprochen worden hier seid ihr eigentlich Heinrich-Heine-Fans wollt ihr nicht ein Comic machen? Ja wir sind so ein bisschen drauf gestoßen worden kann man so sagen und wir haben gedacht ja das machen wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt und dann haben es ist natürlich dann klar was wir machen das haben wir dann richtig recherchiert das ist natürlich auch ganz viel lesen über Heine und natürlich auch seine Originaltexte lesen über seine Zeit welche Rolle hat er gespielt in seiner Zeit und ja daraus haben wir dann eben die Graphic Novel gemacht und die Aufteilung ist dass ich mich um die Texte kümmere mehr und Peter Eickmeier kümmert sich um die Bilder ja es ist eigentlich immer der Kampf zwischen uns beiden was den Text und Bilderteil angeht Gabi will immer viel Text drin haben ich möchte natürlich meine Bilder auch in Szene setzen ja und am Ende jedes Projektes sind wir immer noch verheiratet okay sehr gut das ergibt jetzt auch ein bisschen schlüssig Sinn warum ihr als Team angesprochen werdet weil ihr scheinbar sehr viel miteinander zu tun habt okay das heißt also diese Ausstellung war letztlich wenn man so will nur Kick-Off aber es war jetzt nicht insbesondere quasi der Band oder das Buch zur Ausstellung also die war nur ausschlaggebender Moment dafür dass sie überhaupt entstanden ist das Buch ganz genau und wir hatten halt alle Möglichkeiten im Heine-Institut in die Recherche zu gehen vor Ort in den Originalen zu blättern Gabi hat angefangen ich sag mal mit 15 Büchern zu Heine und wir haben jetzt eine Bibliothek die den ganzen Wandschrank füllt okay und das war eben auch wichtig also zum einen das Originalwerk zu dem gerecht zu werden und zum anderen eben auch im zeichnerischen Bereich da muss es natürlich auch passen da muss Zeitkolorit passen da müssen die die Kleidung muss passen wenn man Paris darstellt darf da kein Eiffelturm sein und so weiter ich habe vorhin mit jemandem gesprochen sie meinte das Buch wäre für sie was beim Essen Umami ist das heißt also ein abgeschlossenes sehr rundes fast schon perfektes Gesamtwerk das sie in der Form nicht anders beschreiben könnte also ich fand auch den Umami-Vergleich einfach ganz toll und ich glaube im gewissen Rahmen trifft es das auch weil das glaube ich jetzt klar ist hier viel drin aber es hat schon so ein also wirklich Text und Bild beispielsweise wechseln sich ja auch wirklich ab währenddessen du tendenziell im Comic ja eher einen natürlich größeren Bildanteil natürlich hast ist der hier relativ ausgeglichen der Anteil so dass es teilweise sogar so ein bisschen so wirkt als wäre es eher sogar ein illustriertes Sachbuch und da ist die Frage ob ihr diese Form von Unterscheidung überhaupt auch machen würdet ist es überhaupt noch ein Comic? also wir fragen uns das gar nicht wir machen einfach unsere Bücher und dann sind sie eben illustrierte Bücher oder es sind Graphic Novels jeder kann das nennen wie er möchte der Begriff ist ja auch weit gefasst und wir haben eigentlich seit im Westen nichts Neues immer wieder die Diskussion ich weiß es noch wir waren auch in Osnabrück in einem Comicladen und da war die große Diskussion ist das eine Graphic Novel ich meine ein Laden in Osnabrück mit Remarque der hat 50 Stück davon verkauft und das ist für einen Titel ich meine wir sprechen über deutsche Comics schon nicht schlecht und von daher was Gabi eben schon sagte wir haben mittlerweile uns wohl wir fühlen uns wohl zwischen den Stüren in welche Schublade wir eingeordnet werden ist uns relativ egal dann müsste die Leipziger Buchmesse ja die optimale Plattform für euch sein weil ja wirklich das Publikum ja von wenn man so will beiden Seiten da ist ist das richtig für euch wohl hier? das ist auch so dass das Publikum kommt was sonst keine Comics lesen würde die sind jetzt auch hier okay das ist noch mal ein bisschen einsteigen ins Detail wie ist das Buch aufgebaut worum geht es vielleicht besser mit euren Worten bevor ich mich hier irgendwie verhaspe wovon das Buch handelt könnt ihr der Titel schon verraten aber zählt mal so ein bisschen zum Aufbau wie habt ihr es gemacht was erwartet uns hier? also es geht um das Leben von Heinrich Heine und zwar beginnen wir also es geht darum wie der kleine Harry er hieß ja zuerst Harry Heinrich Heine hieß ja erst nachdem er getauft worden ist also protestantisch getauft worden ist wie eben aus diesem kleinen Harry der große Dichter und Schriftsteller Heinrich Heine wurde also es ist eine Biografie inklusive des kompletten Lebenslaufs bis dann am Ende zur wie hieß es? Matratzenkruft glaube ich ist der Begriff das hat er selbst den hat er selbst genannt also entwickelt diesen Begriff Matratzenkruft er hat nämlich acht bis sieben Jahre ungefähr also siebeneinhalb Jahre war er schwer krank und bettlägerig und das war dann die Zeit seiner Matratzenkruft und wie ist es dir gelungen im Rahmen auch der Recherche ihn so ein bisschen als Menschen darzustellen wir erfahren im Comic natürlich auch mit was für Frauen er sich zum Beispiel auch betroffen hat und abgegeben hat möchte ich es mal sagen ohne es abwertend zu meinen da muss man ja sicherlich auch irgendwie einen gewissen emotionalen Anker oder eine Verbindung irgendwie zu dieser Person herstellen wie ist dir das gelungen? Also es gibt ja viel Sekundärliteratur über Heinrich Heine da gibt es ja auch ganz viele Berichte von Zeitzeugen also Leuten aus seiner Zeit die viel über ihn berichtet haben teilweise muss man da ein bisschen Vorsicht sein wie seriös diese Angaben wirklich sind es gibt dann die Briefwechsel mit vielen Leuten die er hatte es gibt ja unglaublich viele Briefe von ihm oder auch von anderen an ihn dann gibt es natürlich auch in seiner Literatur wo er natürlich auch Sachen drin versteckt wenn man jetzt so ein bisschen sich mit seiner Biografie beschäftigt kann man manchmal auch so zwischen den Zeilen natürlich dann lesen ja und es gibt natürlich auch schon so viele Biografien die man sich natürlich auch anguckt über ihn also richtig geschichtliche Forschung und so weiter gibt es eigentlich noch irgendwelche Nachkommen die das irgendwie verwalten jetzt sein Erbe gibt es sowas oder ist alles in diesem Institut oder was es war Kinder hatte er nicht aber seine Verwandtschaft ja er hatte aus Hamburg die Verwandtschaft also es gibt noch Heines die auf indirekt auf ihn zurückzuführen sind in Düsseldorf waren nicht mehr so viele Heines auch schon während seiner Zeit dann das kann ich gar nicht sagen okay habe ich mich nicht gefragt habe ich mich nicht beschäftigt wahrscheinlich wollen die auch gar nicht so viel wissen was sollen die auch noch sagen was nicht auf dem geschrieben steht er war ja so ein bisschen Bad Boy der Familie dann auch er war so ziemlich Anti auch ein Stück weit was auch zu seiner Zeit soweit ihr es mitbekommen habt ein Stück weit eine Revoluzzer würde dir das so unterschreiben naja auf jeden Fall er stand ja für liberale demokratische Ideen und das war ja damals in Deutschland kaum möglich also speziell natürlich auch Preußen und das war ja auch der Grund warum er dann nach Paris ging das war ja damals dann die freie Stadt in Europa da war ja erst vor kurzem oder vor knapp 50 Jahren also vor 50 Jahren ungefähr die Revolution gewesen und er ist ja dann hingegangen als dann auch die Revolution im Jahr 1830 war da gab es ja auch keine Pressezensur da gab es ja Pressefreiheit und er hatte in Deutschland keine Zukunft mehr er konnte kaum was veröffentlichen und dann war er auch wegen seiner jüdischen Herkunft war er auch dem Antisemitismus ausgesetzt es gab dann viele Berufe die er gar nicht hätte ausüben können was ja auch dazu führte dass er sich hat taufen lassen aber er hat auch in den Berufen die ihm quasi aufgezwungen worden sind Kaufmann oder Jurist da hat er ja auch gar keinen wenn ich es mal so sage keinen Bock drauf gehabt und hat dann noch überlegt ob er noch irgendwie in den Staatsdienst kommt als Professor oder irgendwas das hat aber auch alles nicht geklappt und dann ist er nachdem mehrere Schriften wieder verboten worden sind ist er dann nach Paris gegangen und Paris hatte zu der Zeit eine deutsche Exilgemeinde von 60.000 Menschen da also das war wirklich ein großer Teil der auch ja weil sie halt in Deutschland politisch verfolgt wurden dann in Paris eine neue Heimat gefunden haben Interessant alles sind Sachen die wir scheinbar auch dann im Comic in einem gewissen Rahmen zumindest mitbekommen und was mich natürlich wirklich sehr interessieren würde ist letztlich auch ein bisschen so dieser Arbeitsablauf ich weiß nicht ob ich sowas wie ein klassisches Storyboard überhaupt gemacht habe ob das Plan war oder ob ihr lieber verschiedene Phasen darstellen wolltet und euch an diesen Phasen abgearbeitet habt vielleicht könnt ihr uns ein bisschen erzählen wie so dieser Erstellungsprozess letztlich gelaufen ist also es war so also es war so dass in ja in Vorleistung der Heine Gesellschaft ein Werkstattbuch entstanden ist wo alle Skizzen Storyboards und so weiter im Vorfeld schon publiziert wurden in kleiner Auflage und das bildete dann nachher die Basis für die Umsetzung und da ist es eigentlich immer eine Abstimmung zwischen uns beiden die Textbausteine die Kapitel wir haben eigentlich immer so ein Whiteboard wo wir alle Doppelseiten schon mal so ranpinnen und die dann nach und nach mit Inhalt füllen mit Bildanteilen wo kommt noch was hin wo fliegt was raus was ich gemalt habe und dann doch gestrichen wird ja und so 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 kristallisiert sich das irgendwann raus und wenn einfach fest steht 64 Seiten Inhalt dann muss man halt da auch irgendwie einen Punktlandung hinbringen Ja auf jeden Fall ich kann das immer nur als Laie immer nur grob einschätzen aber das sieht nach unfassbar viel Arbeit aus allein die Recherchearbeit muss ewig gedauert haben könnt ihr euch das an der Schule vorstellen? Also witzigerweise beim Signieren hier fragen wir mittlerweile bei Heine haben sie einen schulischen Hintergrund und wir haben es jetzt nicht statistisch erhoben aber wir denken 30% derer die sich haben signieren lassen sind Lehrer oder haben mit dem Lehrerberuf zu tun Toi, klingt gut Toi, toi, toi da hast du eine neue Einnahmequelle Also wir hatten ganz oft gehört das muss in die Schule Ja Das freut mich zu hören doch ich glaube später kann man auch gut zusammenarbeiten ich habe da mal Sachen gehört die haben auch einen guten Kontakt zu Schulen und Schulämtern also per se seid ihr da gut aufgehoben Prima Was mich natürlich noch wirklich sehr interessiert würde auch weil es einem das Vorgängerwerk ist und ja jetzt auch zuletzt auch wieder große Rebellen geschlagen hat im Westen nichts Neues Dazu weiß ich jetzt gar nicht so viel außer dass ich natürlich die Vorlage kenne die habe ich von halben Ewigkeit mal gelesen und ganz aktuell gibt es ja auch diesen Oscar-Gewinner vielleicht auch mal so ein bisschen habt ihr den gesehen gibt es da krasse Unterschiede zu eurem Werk vielleicht könnt ihr da ein paar Worte dazu verlieren Wurde ihr vielleicht sogar bei der Erstellung des Films mit ins Boot geholt weil ihr so gutere Experten seid erzählt mal Also das hat mich ehrlich gesagt ein Freund der im CGI-Bereich also im 3D arbeitet gefragt weil er neulich einen Produzenten von im Westen nichts Neues getroffen hat und mit dem gesprochen hat kennt ihr eigentlich die Graphic Novel von Gabi und Peter da hieß es dann aber der Berger der Regisseur hat extra sich von nichts beeinflussen lassen wollen hat seine eigene Produktion und das eigene Storytelling entwickelt aber wir sollen ihm ein signiertes Buch schicken Also ich sag mal so ich hab den Frieden meinen Frieden mit dem Film gemacht er hat schon viele Stellen die anders sind als das Originalbuch von Remarque aber ich verstehe den Hintergrund warum sie das jetzt so gemacht haben mit neuen Ebenen also ich finde ihn eigentlich ist er gelungen Das freut mich zu hören ich hoffe er hat euch in irgendeiner Form auch was gebracht kann man das sagen gab es Synergieeffekte wisst du da was von Also wir haben im Vorfeld eine überarbeitete Version von dem Westen nichts Neues jetzt rausgebracht das ist mittlerweile die siebte Auflage mit neuem Cover mit weiteren Seiten Ergänzung und also so wie es ausschaut verkauft sich das ganz gut auch natürlich im Zusammenhang mit ja mit der großen Resonanz die der Film jetzt hat Wunderbar jetzt ist jetzt ganz aktuell erschienen ihr seid jetzt vermutlich erstmal gibt es noch Signierstunden oder irgendwelche Sachen reißt dir ein bisschen rum durch die Comic Shops und macht da was oder ist sowas wie die Leipziger Buchmesse jetzt die Ausnahme wir konzipieren gerade für Heine eine Multimedia-Lesung die wir dann dem Buchhandel anbieten möchten da können wir uns als liebes Publikum auf jeden Fall drauf freuen euch in irgendeiner Form scheinbar auch in verschiedenen Städten und Dörfern und was auch immer in der Republik zu sehen liebe Gabi lieber Peter vielen lieben Dank für eure Zeit und für das kurze Gespräch das wir heute führen konnten zu eurem aktuellen Werk Heinrich Heine eine Lebensfahrt erschienen beim Splitter Verlag Leute guckt mal rein es ist aus so vielen Gründen was was man sich echt mal geben kann ist auch wunderschön einfach vielen Dank es freut mich sehr dass ihr da wart das letzte Gespräch hier auf der Leipziger Buchmesse beginnt jetzt und ich hab mich ein bisschen drauf gefreut weil endlich mal da ist mal einer von uns da einer nicht dass das nicht alles irgendwie Leute von uns gewesen wären aber er ist halt nicht nur Comic Fan er ist halt eben auch noch ein Science Fiction Nerd er ist jemand der hier unzählige Termine gehabt hat wir hatten ihn außerdem schon beim Tele-Stammtisch zu Gast denn er ist mehr als nur beteiligt bei der Anthologie Cosmic die er wirklich also ganz toll hab ich jetzt schon an diversen Stellen mehrfach erwähnt warum man da unbedingt mal reingucken muss warum es ein unterstützenswertes Projekt ist und ich freue mich sehr dass er jetzt da ist um sich mit mir über auch seine ganz eigenen Sachen zu unterhalten und ich glaube ein seltsamer Tag ist der aktuelle Titel über den wir auf jeden Fall sprechen werden mal gucken was passiert hallo ich bin der Andi und wer bist du? hallo ich bin der Michael hi Michael hallo Andi wie geht's dir? wie war die Buchmesse bis jetzt? wir haben letzten Tag ist eigentlich Zeit für ein Fazit ach war anstrengend spannend lustig tolle Leute kennengelernt schön und heute ist auch das Wetter noch richtig toll und wir müssen drin sitzen na toll ja gut aber ich also zumindest ich kann gerade ein bisschen rausgucken und sehe ein paar Sonnenstrahlen bei ganz vielen Comic Artists hört man ja immer dass die von der Sonne nicht viel sehen wollen die immer allein in ihrem Arbeitszimmer, Galerie oder Keller oder was auch immer sitzen um zu arbeiten wie und wo arbeitest du eigentlich? wenn du zeichnest? na ich sitze natürlich auch in meinem Arbeitszimmer aber ich habe zwei Fenster gut ich kann also jederzeit rausgucken ja und mein ganz großer Vorteil ist ich habe einen Hund der muss ein paar Mal am Tag raus das wird unangenehm ja und deswegen gehe ich dann halt auch öfters mal ein bisschen spazieren vielleicht wäre es so nett einfach nochmal kurz zu dir zu sprechen zu kommen wir wollen auch kurz nochmal ein bisschen zusammenfassen quasi wie du in die Comicszene reingrutscht bist du ein paar Worte zu dir auch wenn ich wirklich dringend empfehlen möchte dass ihr auch nochmal in das Special reinhört zu Cosmic weil das natürlich ähnliches Thema war aber vielleicht schafft das nicht jeder erzähl doch mal kurz zu dir wie bist du in die Comicszene gerutscht? ach Gott das ist ancient history ja also richtig sagen wir mal so professionell habe ich angefangen Mitte, Ende der 80er Jahre als ich halt auf dem Comicsalon Erlang mal Ewald Fehlau kennengelernt habe der wurde mir vorgestellt beziehungsweise gesagt so guck mal hier ist ein junges Talent guck mal in die Sachen rein Ewald Fehlau war damals der Chefredakteur von Bastei Gespenstergeschichten ok verstehe und ich hatte halt ein paar Gruselcomics gezeichnet halt auch also es passte schon ganz gut und der hat vom Fleck weg gesagt ja klar den Comic können wir veröffentlichen und danach kriegst du dann also gucken wir mal wie es dann weiterläuft und dann kriegst du vielleicht ein Skript oder so und so habe ich dann halt angefangen das zu machen irgendwie also ich habe keine Ahnung mehr genau acht Geschichten oder so oder neun für Spenstergeschichten gezeichnet teilweise nach Skripten von zum Beispiel Peter Menningen und später durfte ich dann tatsächlich auch wieder eigene Geschichten schreiben und machen und du hast seitdem ja auch einiges gemacht ich persönlich kenne dich jetzt natürlich eher aus dem Science Fiction Schwerpunkt würdest du sagen das ist dein Schwerpunkt oder bist du ganz breit aufgestellt ne das ist schon mein Schwerpunkt also das ist so meine ganz große Liebe ich bin halt mit Star Wars groß geworden das ist Star Wars hat mich zum Beispiel zum Mad geführt einfach weil ich als kleiner Piefke sozusagen so ein Mad Heft an einem Kiosk gesehen habe ich wusste gar nicht was das ist aber da war halt Star Wars auf dem Cover und ich habe das gekauft und war völlig überrascht oder sowas und also solche Sachen halt also ich habe praktisch alles damals aufgesaugt was an Science Fiction da war Bücher gelesen Filme also alle Filme die dann auch im Schwanken dahinter kamen die auch teilweise super schlecht waren ja alles geguckt und also Horror war auch eine sozusagen zweite Liebe und das war natürlich einfacher Kurzgeschichten damals öffentlichen und zu machen aber Science Fiction ist halt immer da geblieben und ganz großes Thema eben auch der Marc Brandes so den habe ich halt auch als Jugendlicher gelesen damals in dem Dings und auch nie aus dem Blick verloren also ich habe die alle paar Jahre habe ich mal wieder reingelesen und gerade zudem gibt es ja auch Umsetzungen von dir erzähl mal von denen was ist das was wir weiter und lesen Sie dort naja das ist also eine Jugendbuchreihe die ich halt von denen ich vier Bände als Comic umgesetzt habe plus ein Fünft mit ein paar Kurzgeschichten und das geht halt um einen ja Weltraumhelden will ich ihn eigentlich nicht nennen Protagonisten einen Charakter der Testpilot von einem Raumschiff ist und in Situationen geworfen wird die ja wo er sich sozusagen moralisch auch entscheiden muss ob also was ist das Richtige was tue ich hier überhaupt darf ich das überhaupt machen also das passiert halt immer wieder auch dass er vor so ganz wichtige Fragen gestellt wird und teilweise auch an sich selbst zweifelt und das hat mich auch immer sehr beeindruckt also normalerweise hast du Helden die einfach losdonnern und sagen so ja das ist das ist a way und er hat sich halt auch selber immer in Frage gestellt du hast also die waren auch in Ich-Form geschrieben diese Romane und dadurch warst du in diesem Charakter drin und für mich war es halt auch also ich hatte auch Bilder im Kopf dazu natürlich und die dann rauslassen zu können in diesem Comic in diesen vier Bänden die einen Zyklus beschreiben war halt eine ganz wichtige Sache das muss ja auch ein wahnsinnig interessantes Feedback auch von anderen Lesenden gegeben haben die auch die Vorlage quasi kannten dann ja auch zwangsläufig irgendwelche Bilder dazu im Kopf gehabt haben ja natürlich wie sah das aus die hatten teilweise ganz ganz andere also ich hatte also irgendeine Dame hatte ich mal getroffen auf ich weiß gar nicht mehr auf welchem Con die meinte ja für sie sah der eigentlich also der Held eigentlich eher aus wie Old Shatterhand so ja vom Typ her und ich habe den aber natürlich dunkelhaarig gemacht es gab so eine kleine Illu immer auf der Rückseite der Bücher da war halt so ein dunkelhaariger leicht lockiger Typ abgebildet mit einem Schnauzbart den habe ich dann weggelassen und es gab natürlich also auch ich habe ja auch modernisiert natürlich also es gibt halt keine Lochkarten Computer mehr für die Navigation oder sowas das ist meistens sehr gut angekommen also ich habe auch versucht so ein Mix zu machen so ein bisschen vom Design also einige Szenen haben halt so ein bisschen so ein 70er Jahre Anklang ich habe auch so ein paar Klassiker mit reingenommen es gibt halt auch ein Teil der Geschichte spielt auf einer Mondbasis da habe ich natürlich so ein bisschen Mondbasis Alpha 1 als Vorbild genommen und das so eingebaut ein bisschen so ein paar kleine Gags aus der Zeit sozusagen spielen da halt auch mit rein Wer Science Fiction Sachen veröffentlicht der muss ja auch wahnsinnig viel achten es sind unzählige ist auch wahrscheinlich Doktorarbeiten geschrieben worden zur Frage was Science Fiction ausmacht und da gibt es ja auch ganz viele inhaltliche Beiträge zwei Aspekte möchte ich gerne mal rausgreifen zu Science Fiction die ich glaube dass dir das einfach gut gelungen ist von dem was ich zum Beispiel aus Cosmic kenne einmal das Erzählen ich sage immer es gibt alte Science Fiction es gibt moderne Science Fiction wenn wir also beispielsweise uns Science Fiction Romane angucken die vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben sind die im Regelfall ein bisschen langatmiger da ist natürlich auch ein technischer Stand vorausgesetzt worden und als Science Fiction beschrieben worden der vielleicht heute sogar schon in Teilen wieder überholt ist und heutzutage hast du tendenziell wenn wir uns mal ganz aktuelle Serien angucken sehr kurzweilige Sachen immer viel Action in Science Fiction auch drin also auch geselten wirklich lange 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 Arcs sowas wie Perry Roden oder so ist da die absolute Ausnahme bis heute also vielleicht erst mal zur Frage des Geschichtenerzählens wenn du Science Fiction Geschichten erzählst was ist da für dich heutzutage die Herausforderung drin da gibt es bestimmt eine Menge vielleicht kannst du ein bisschen was rausfischen auch bei der Frage welches Publikum man da damit auch mit erreichen will oder so und insbesondere auch bei einem seltsamen Tag das war doch bestimmt gar nicht so einfach so eine Science Fiction Geschichte zu schreiben also wenn ich eine Geschichte mache oder so ich denke nicht in erster Linie an Publikum also das war mal vorausgeschickt ich möchte eigentlich ja das erzählen was mir wichtig ist und freue mich wenn es Leuten gefällt oder so oder wenn ich da einen Geschmack auch treffe oder so wenn das funktioniert ist natürlich perfekt hat bis jetzt einigermaßen auch geklappt hoffe ich aber wichtig ist mir halt auch also relativ moderne Geschichten zu erzählen beziehungsweise moderne Charaktere zu haben und auch innere Konflikte zu zeigen dass du also klar Action muss auch sein einfach wir reden von einem visuellen Medium also ich brauche dann halt auch mal eine Szene wo ein Raumschiff explodiert und ein anderes vielleicht durchfliegt oder sowas also einfach ein paar Schauwerte aber ich möchte halt trotzdem also dass so ein humanistisches Weltbild transportiert wird generell ich bin mit diesen Sachen auch groß geworden also weiß ich die erste Star Trek Serie oder sowas du hast eine sehr bunt gemischte Mannschaft sehr divers auch auch bei Mark Brandes schon in den Romanen war das so dass die auch sehr divers waren du hast also aus allen Herren Ländern sozusagen treffende Leute aufeinander und fliegen in den Weltraum so also und das ist so ein Punkt den ich halt heute fast wichtiger finde noch als damals diese Gemeinsamkeiten halt auch zu betonen und gleichzeitig die Unterschiede die man so hat einfach an der Kultur und dass man aufeinander zugeht und halt auch die verschiedenen Sachen nutzt die andere Kulturen bieten können Das trifft dann aber quasi für alle Figuren die in deinen Geschichten vorkommen zu und jetzt nicht dass du gezielt immer so Teamgeschichten schreiben würdest sondern letztlich ist es diese Diversität eine die sich quasi über alle Figuren des Werks hinweg zum Grundtenor würde ich sagen ja genau okay cool würdest du mir zustimmen dass es da durchaus einige Entwicklungen auch in der Science Fiction gegeben hat dass die sich einfach wirklich anders schreibt als noch in den wirklich krasses Beispiel 60er und 70er ja auf jeden Fall also du hast halt so Romane wie von Judith Vogt zum Beispiel also nicht verwandt übrigens die zum Beispiel halt die auch gendergerecht schreibt was gar nicht so schwer zu lesen ist so also das ganz überraschend auch die dann halt auch Hope Punk schreibt oder sowas das gab es früher gar nicht also sozusagen eine Dystopie mit Hoffnung drin so dass da doch positive Werte vertreten werden können immer noch und eine Aussicht besteht dass es einfach wieder besser wird während da ja was ich 60er 70er Jahre oder sowas halt sehr viele sehr düstere Dystopien da waren sowohl in Büchern als auch in Filmen und der zweite Schwerpunkt den ich bei Science Fiction sehe und das ist natürlich der Punkt wenn wir jetzt auch mal bei dir sowohl diese Doppelbelastung als sowohl Autor als auch als Illustrator darstellen wollen ist schlichtweg die Optik ja wenn wir ein Science Fiction denken natürlich viele Leute an dem was sie optisch irgendwo wahrgenommen haben sei es Serien, Filme und so weiter und da ist ja ein großes Spektrum da da gibt es aber auch gerade was den Mainstream anbetrifft auch wirklich Parallelen Dinge die du überall findest Darstellungen von Lesern von Mustern an Wänden und wie die Formen dargestellt werden und so wie machst du das in deinen Comics jetzt insbesondere auch wir haben noch gar nichts zum Inhalt gesagt übrigens auch von dem Comic wie sieht es aus mit der Optik wie gehst du an die Designs ran wenn du deine Geschichten machst na ich auch also klar das fließt natürlich auch bei mir rein alles also was ich so sehe aus Filmen Serien oder so geht bei mir halt auch mit rein oder sowas und bestimmte Elemente bestimmen ja eine Uniform also Epauletten oder sowas oder ein hoher Kragen oder sowas das sind so Elemente die brauchst du um zum Beispiel einfach eine Uniform generell als solche kenntlich zu machen ich spiele dann halt einfach wirklich mit einem Skizzenblock ein bisschen rum und probiere verschiedene Sachen aus und versuche es nicht zu ähnlich zu machen oder dass Ideen wirklich sozusagen unbewusst einfließen und das dann so aussieht als wäre es aus weiß ich Star Wars oder so also das ist schon ein bisschen schwierig aber muss man halt ein bisschen gucken Gab es irgendwas was dir designmäßig zuletzt sehr gut gefallen hat The Expanse die Serie finde ich großartig also die Raumschiffe die die Kleidung die Raumanzüge und so weiter das wirkt alles super stimmig und ich habe so noch während der Arbeit von Mark Brandes die ersten Folgen gesehen und das hat mich tatsächlich auch noch mal ein bisschen beeinflusst von der Grafik her zu sagen okay ich versuche noch mal ein bisschen realistischer an einige Details ranzugehen ach super gutes Beispiel schade dass es wahrscheinlich vorerst vorbei ist ja leider wirklich schade okay jetzt haben wir lange vor uns hingeschoben wovon handelt eigentlich ein seltsamer Tag ja eigentlich von allem also grundsätzlich haben wir halt also als Hauptfigur haben wir einen Roboter der so eine Art Hausmeister oder Mädchen für alles in dieser Weltraumfabrik ist die Weltraumfabrik ist an einem riesigen Asteroiden angetaut dort leben halt in kleinen Enklaven tausende hunderttausende andere Roboter also die haben sozusagen immer kleine Kuppeln da sind dann Häuschen drin oder sowas und da wohnen die und die gehen dann halt täglich zur Arbeit in dieser Fabrik und die Fabrik wird übrigens von einer Kröte geleitet und verschiedenen anderen Figuren die da auch noch so vorkommen und ja das sind halt seine ganz alltäglichen Arbeiten die wir immer zeigen oder sowas also er muss dann halt einfach nur mal putzen oder ja da ist irgendeine Störung oder sowas und da ist ein kleines Monster und das muss er halt mit dem Wesen wegschieben und aber während er das macht wird es halt immer noch größer und es stellt sich raus das ist eigentlich ein Planetenfresser und der konnte die Fabrik gerade noch davon retten und das in den Weltall schweben lassen dummerweise liegt dann in der Richtung vielleicht ein anderer bewohnter Planet oder sowas kann auch mal passieren also wir haben uns vorgenommen halt möglichst viele Ideen aus der Science Fiction vorzunehmen und mit denen ein bisschen zu spielen also wir haben Zeitreisen drin wir haben Dr. Frankenstein kommt im Prinzip vor also diese ganze Thematik halt auch wir nehmen wissenschaftliche Themen durch also manchmal liest man einen Artikel über Gravitationswellen da machen wir halt einen Comic draus sowas wir haben verschiedene Arten wie der Big Bang passiert sein könnte das stellen wir halt auch da sowas wir haben Grundthema ist Liebe kommt sehr viel vor und Olaf Brill der das ja schreibt ist ja Doktor der Philosophie das heißt wir haben auch sehr viele philosophische Themen dabei insofern also wir sind da sehr sagen wir mal breit aufgestellt und dieser Roboter also wenn ich es richtig verstanden habe das sind quasi viele kleine Geschichten die zu einem direkt zusammengefasst werden oder ist es eine große Handlung es gibt keine große Handlung es gibt tatsächlich das sind einzelne Episoden das Ganze ist ja für ein Magazin entstanden ursprünglich das Magazin fantastisch erscheint auch nur alle Vierteljahre das heißt wir konnten gar nicht darauf wetten sozusagen dass die Leser sich nach einem Vierteljahr auch noch erinnern was auf der ersten Seite oder auf der nächsten passiert sozusagen und deswegen haben wir gesagt okay wir machen ganz einzelne kurze Episoden die nur einen maximal zwei Seiten umfassen mehr war auch vom Platz im Magazin nicht drin und die sind schon teilweise miteinander verbunden diese Geschichten aber man kann die natürlich einzeln lesen sollte man auch also ich glaube nicht dass man den ganzen Band wir haben jetzt ich glaube 56 Episoden plus ein paar Specials da noch gesammelt dass man die halt in einem Schwung durchliest ich glaube das wäre sehr anstrengend Das erklärt eigentlich auch schon die Frage die ich noch im Hinterkopf hatte woher ich diesen Roboter eigentlich kenne weil das gesammelte Werke sind den gibt es einfach schon eine ganze Zeit diesen Roboter wann habt ihr damals mit diesen Geschichten angefangen? 2011 2011 schon okay und warum ist das jetzt bei Panini erschienen und zum Beispiel nicht bei dem Verlag der auch das Magazin eröffentlicht? Wir hatten tatsächlich ein erstes Album mit den ersten um die 40 Episoden nicht Quatsch 30, 20 ich weiß nicht mehr genau ich müsste nachgucken also mit der Hälfte von dem was wir jetzt sozusagen haben hatten wir damals bei Atlantis das heißt der Verlag rausgebracht ich hatte es damals auch verschiedenen Verlagen sonst so angeboten unter anderem Panini und Panini hat sich aber eine ganze Weile nicht gemeldet auch auf Nachfrage nicht oder sowas und dann haben wir halt bei Atlantis unterschrieben nachdem der der hat ja eigentlich gar keinen also er macht das ist ein andersrum das ist ein Verlag der Magazine und Bücher verlegt er hat noch nie Comics verlegt vorher das war sozusagen eine Premiere die er dann da gemacht hat mit diesem Band und wir hatten gerade unterschrieben und dann kam ein Anruf von Panini und meinte ach ja das mit dem Robotern das würden wir eigentlich gerne machen und ich so ja schade und deswegen war es jetzt aber natürlich zu sagen wo wir dabei waren eigentlich wir könnten jetzt ein zweites Album machen wir haben gesammelt nochmal bei Panini vorstellig zu werden und die haben gesagt okay ja gerne machen wir auf jeden Fall aber wir wollen alle Episoden zusammen haben in einem Band das heißt also der erste Band wie er halt vor ein paar Jahren der ist 2018 erschien ist sozusagen obsolet jetzt wir haben alles was in dem Band ist auch in dem neuen drin plus alle neuen Episoden und ein ganzes Special nochmal das nur für dieses Album entstanden ist das ist die Sondergeschichte über die transuniversale Eisenbahn toll allein die Begrifflichkeit ist geil und das Ganze ist das im Heft denn jetzt abgeschlossen irgendwie oder geht es da einfach weiter und irgendwann kommt Band 2 es gibt keinen Abschluss also seitdem wir sagen jetzt reicht es wir haben nichts mehr zu erzählen der Punkt war ursprünglich sogar dass Olaf meinte ja nach Episode 4 ich weiß gar nicht mehr was ich machen soll aber es ging dann trotzdem weiter also er hat auch mal wieder neue Ideen gehabt und so geht es halt auch jetzt also wir haben ich habe jetzt schon wieder drei Skripte vorzulegen für die nächsten neuen Episoden muss ich dann auch demnächst mal wieder angehen weil unser Vorrat zu Ende geht das heißt wir haben jetzt hier wahrscheinlich auf dem Band 1 stehen und theoretisch könnte irgendwann die 2 kommen also wir haben keine Band 1 draufstehen aber es könnte trotzdem natürlich noch einen zweiten Band geben aber es wird wahrscheinlich bis wir das gesammelt haben wieder so 10 Jahre dauern das kommt als Album daher das sind was oder 56 52 Geschichten oder was du gesagt hattest gerade ja 56 Episoden glaube ich plus irgendwas gell wie dick ist es geworden in der Summe ungefähr 104 Seiten wow okay und das können wir jetzt aktuell beim Panini Verlag bekommen Science Fiction aus deutschen Landen da kann man eigentlich gar nicht genug von kriegen gerade wenn die Person die Autor ist so einen total attraktiven Nachnamen hat da möchte ich euch auf jeden Fall dringend empfehlen mal einen Blick reinzuwerfen und lieber Michael man kann dich ja hin und wieder auch auf Veranstaltungen treffen wo du das Ganze auch signierst unter anderem hier bei der Leipziger Buchmesse gibt es schon weitere Termine von denen du weißt dass du da sein wirst meinetwegen bis heute München dieses Jahr Erfurt vielleicht keine Ahnung ne München leider nicht ich bin jetzt in Berlin das ist Metropol Con das ist eine größere Con die alles verbindet also alles was Fantastikbereich ist egal ob Film, Buch, Comic sonst was findet auch zum ersten Mal statt also wird so eine Premiere sein schauen wir mal wie das läuft und dann bin ich auf dem auch eine Premiere der erste Pfälzer Comic Salon der ist Anfang Juli glaube ich bin ich auch sehr gespannt da mal vorbeizugucken ist auch in einem kleineren Ort könnte also sehr nett werden nur zwei Tage oder sowas aber halt im Sommer und bestimmt sehr sehr schön und sicher ist unterdessen auch noch die Frankfurter Buchmesse ach ja nächstes Jahr dieses Jahr sehr gut sagt dir der Buchholmas ist der für dich interessant? ist interessant sehe ich immer auf Facebook weiß ich nicht ob ich es schaffe wie weit ich da in Frankfurt verplant bin verstehe ok super lieber Michael vielen vielen Dank für deine Zeit und vor allem noch weiter sehr viel Erfolg mit deiner Arbeit ja vielen Dank tschüss sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen also meldet euch bei uns wir beißen auf außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen wer möchte darf uns gern immer und überall empfehlen alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes vielen Dank und bis zum nächsten Mal euer Andi Applaus Vielen Dank.